Herzlich willkommen zur 26. Folge unseres Podcasts. Mein Name ist Thomas. Ich bin Nell. Und ich heiße Jonas und das sind unsere Themen. Imbisskette verleiht Ehrenpreis an Junior-Detektive. Die zwei Fragezeichen. Skinnies Fastfood-Unternehmen. Mahlzeit zusammen im wahrsten Sinne des Wortes. Hier bei eurem Imbiss-Ratgeber Nummer 1. Mein Name ist Thomas und ich bin immer nicht alleine. Wir sind mal wieder zu dritt, nicht zu viel vom letzten Mal. Er ist quasi der Ronald McDonalds unseres Podcasts. Selbst die Hafer kommt ungefähr hin. Mahlzeit Jonas. Ja, hallo zusammen. Und sie konnten wir gerade noch Barney-Korns Händen entreißen, ehe er sie zu Drippin' Chicken verarbeitet. Unser Küken. Hallo Nell. Hallo. Hallo. Wie sehr gut ist das so erschrocken? Wir haben dich gerettet quasi. Aha. Wolltest du nicht gerettet werden? Wolltest du geschreddert werden? Ne, ich bin ja nicht männlich. Hast du recht. Männliche Küken es wurden, es ist ja Gott sei Dank abgeschafft worden, dass männliche Küken geschreddert werden. Gott sei Dank. Wie geht's euch zwei denn denn? Ich meine, wir haben ja jetzt nach der Jelena Eskapade vom letzten Mal endlich mal wieder eine schöne Folge. Ne, guckt schon wieder. Ne, guckt schon ganz böse. Ich guck nicht böse. Nein, ich doch nicht. Nein. Ihr könnt froh, dass ihr Nell nicht sehen könnt. Also manchmal ist das eine Gesichtskirmus, da kriege ich Angst. Solltest du auch. Ja, okay. Wie heißt es immer so schön, wir im Blicke töten könnten. Ja, da wäre nach Folge... Da würde quasi in fast jeder Podcast-Folge Nell ein Blutbart anrichten mit Thomas. Und ihr hättet anscheinend noch Spaß dabei, wie man merkt. Also von daher... Aber mir geht's eigentlich ganz gut, um auf deine Frage zurückzukommen. Das ist schon mal gut. Die Sonne scheint... Ja. Also ich frag's mich schön nach, wie geht's? Und ihr nehmt erst mal so voll. Halt die Fasse. So, kommen wir mal zum erfreundlichen Thema. Ne, wir zwei hatten ja vor kurzem eine Sondermission. Denn dank deiner Mithilfe konnten wir ja deiner Podcast-Kollegin Lotte endlich mal ein vernünftiges Mikrofon zuspielen. Das war schon ein kleiner Akt, ne? Äh, für mich mehr als für dich wahrscheinlich. Denn du musstest das Ding nicht mittragen. Die Blicke, die ich teilweise bekommen habe, die waren schon relativ witzig in der Bahn. Wir können ja mal kurz vorher anfangen. Eigentlich wollte ich Lotte das Mikrofon nach Hause bestellen. Allerdings hatte ich ihre Adresse nicht. Ich hatte noch eine Netzadresse. Und schaut doch, wie sie halt so ist. War halt nicht zu erreichen, ne? Ist halt so typisch. Ne, also bevor man dann antwortet, äh, wir ehren Tag und Nacht sich vereinen, ne? Also von daher ist das schon, äh, eine Kunst, die da mal ein Zellofon zu kriegen. Und dann meinte Nell, weißt du, bevor das Angebot abläuft, weil es ein Sonderangebot war, schießt er auch zu mir, ich nehm's damit, ich nehm's damit und gib's, ihr gebt mir das. Und, äh, ja, Nell hat's dann mit, äh, durch die Bahn, durch die Schule geschleppt und, äh, dann hingestellt. Aber, ja, er hat dann auch gefilmt, wie sie das aufgemacht hat. Das war schon ziemlich, ziemlich nice, muss ich sagen. Ich hab mich mehr darüber gefreut als sie wahrscheinlich. Oh, nö, das würd ich nicht sagen. Nein, aber, ich fand das eine schöne Situation, ne? Es ist immer schön, wenn sich andere Leute freuen. Sie war vor allen Dingen so schon ingläubig. Ja, vor allem, ja, ist das nicht ein Mikrofon, oder? Da hat sie mir auch mehrmals nachgefragt. Also war sehr lustig, muss ich sagen. Da werden wir wahrscheinlich dann auch bei der nächsten Fanatikerbesprechung mal hören, was sie zu sagen hat und, äh, wie sie sich dann auch anhört. Wenn ich mal vernünftig und nicht mit diesen ganzen Katzgeräuschen auch für deine Ohren dann eine Wotat, genau wie für mich. Als Hörer. Und ob. Also beim nächsten Mal einfach mal reinschalten bei der Fanatiker und mal gucken, wie sie sich dann anhört. Ein bisschen Werbung, ne? Oh, muss ja auch mal sein. Dann kommen wir zu unserer heutigen Folge. Der giftige Gockel. Fangen wir doch mal ganz pragmatisch an mit Nels Nörtschen Nebenfakten. Ja, Nels Nörtschen Nebenfakten. Das Buch ist die Nummer 48, geschrieben von Megan und William Stein. Der Originaltitel ist Murder to go, den ich auch viel besser finde. Hörspielnummer ist die 47, erschienen 1990 und hat eine Spielzeit von ca. 47 Minuten. Es ist die Premiere von Kelly Madigan, Peters Freundin. Peter und Bob haben ab dieser Folge einen Führerschein. Peter fährt einen Schirokko. Heißt er wirklich Schirokko? Ja. Es ist kein Hund. Es ist ein Auto. Peter fährt einen Schirokko und Bob einen roten Golf. Und Justus macht eine Wassermelonen-Diät. Ja, das ist, wie gerade schon gesagt, das ist der Originaltitel Murder to go. Ich muss auch sagen, mir ist beim Lesen des Buches aufgefallen, dass einige Sachen im Hörspiel abgeändert worden sind. Ich denke mal einfach, weil manche Sachen zur damaligen Zeit, wir haben gesagt 1990, einfach gar nicht so für uns Kinder, gar nicht so bewusst war. Ich war zu der Zeit, 1990 war ich neun Jahre alt und dieses to go, das war ja damals für uns, Jonas, gar nicht so präsent. Ne, also 1990 war ich ein Jahr alt. Ne, aber ich habe jetzt, wo ich diesen Originaltitel, dieses Murder to go, Nell sagte, sie findet den Titel viel besser als den Originaltitel. Ich muss sagen, ich finde den Originaltitel in dem Fall einfach besser, weil ich den so witzig finde, giftiger Gockel. Den finde ich halt total gut. Und bei diesem Murder to go, ich hatte da irgendwie direkt am Anfang so dieses so ein Kaffee to go, weißt du, so ein Kaffee, also dieses was zu mitnehmen und klar, es passt natürlich irgendwie, weil es ja um diese Fastfood-Geschichten geht, aber ich glaube, ich hätte auch so diese Verbindung vielleicht gar nicht so gesehen jetzt in dem Sinne. Aber ich muss dir da auch recht geben, dieses to go zur damaligen Zeit, ich glaube, selbst wo ich die Folge das erste Mal gehört habe, ich hätte damit nichts anfangen können. Aber ich finde Murder to go finde ich richtig, richtig gut. Also für eine heutige Folge wäre die, fände ich die mega. Ne, klar, klar auf Englisch, aber ich finde, dieses to go hat sich ja so eingedeutscht, das haben wir ja so alles übernommen. Und, äh, verlassen wir jetzt, Nell. Alles gut, erzähl weiter. Ich werde permanent ausgelacht von ihr. Jetzt komme ich ja gleich darauf, auf die ganze Geschichte, ich habe ja mal angeteasert bei, äh, Höhle des Grauens, warum ich verstehe, dass bei einer Umfrage die Mädels rausgeschnitten, äh, werden sollten. Ne, dass da abgestimmt worden ist, die Mädels, mach die weg, weil, äh, in der, ich muss sagen, ich sage ja jetzt schon mal, das Buch fand ich teilweise ziemlich erschreckend schlecht, und, äh, einfach das Gegenzug, ich liebe dieses Hörspiel, ich finde es eigentlich richtig gut, aber da gehe ich mal direkt auf die nächste Frage ein. Was kommt dir als erstes in den Sinn, wenn du an die Folge denkst? Fangen wir da einfach mal an. Ich meine, bei mir ist halt einfach so, der giftige Gockel, Barney Korn, Donner Lassandro sind zwei Charaktere, wo ich sage, mega geil, mega geil gesprochen, auf die Sprecher kommen wir hinterher zu sprechen, und, äh, auch dieses ganze Thema, das ist ja heute noch top aktuell im Endeffekt. Danke für eure Zustimmung. Ja. Ja, ich wollte, ich wollte, ne, ich hab, äh, wollte Nell den Vortritt lassen, aber die hat, äh, hat sich so hingezogen. Ja, so Big Barney Korn, klar, und Grillhähnchen, das ist so dieses, das, das fällt mir sofort ein, ne, und, ähm, ja, klar, Donner Lassandro ist natürlich auch schon alleine vom Namen her, ne, also, das ist ja, obwohl der Name so lang ist, ist es halt irgendwie ein Name, der, finde ich, der im Kopf bleibt. Und, ähm, ja, mit dem top aktuell, ja, auf jeden Fall, weil das ist ja jetzt mittlerweile auch ein Thema, ähm, was da immer, immer Geläufe oder immer häufiger aufkommt damit, was essen wir, was ist da alles drin und, keine Ahnung, Antibiotika und schieß mich tot und da macht man sich eigentlich, glaube ich, gar nicht so viel Gedanken drüber, aber, ähm, wenn man überlegt, 1990 war das, glaube ich, noch gar kein Thema gewesen. Ne, hier komme ich auch nachher immer drauf zu sprechen. Da sind ein paar Sachen, die mir auch aufgefallen sind, wo ich sage, äh, wie die Zeit sich doch geändert hat. Ne, ne? Ja, äh, ich muss ganz ehrlich sagen, das Einzige, was mir zu dieser Folge tatsächlich immer nur einfängt, sind diese scheiß Drippen Chicken und ich mag keine Chicken so richtig, zumindest diese Hähnchenkoin oder hier diese Cave-C Nuggets, kann ich überhaupt nicht leiden und das andere, was mir noch in den Sinn kommt, ist, ähm, ich werde es wahrscheinlich falsch sagen, deswegen, äh, köpfe mich nicht, Thomas, mir befiehle ich dich mit Stein, weil ich weiß, dass du das besser kannst als ich, aber, äh, noch eine Frage, erst ein Bonbon. Richtig? Noch eine Frage, erst ein Bonbon. Genau das. Das ist mir auch noch im Sinn geblieben, aber der Rest der Folge ist, äh, für mich eigentlich vollkommen immer unter dem Radar. Vor allem ist auch ein Satz, den habe ich einfach in meinen Wortschatz mit übergenommen, ne? Also, das ist, finde ich, total geil. Ich, das feiere ich so hart. Das ist unglaublich. Ähm, kommen wir noch zum Beginn der Folge, ne, manchmal, wir haben ja jetzt erst noch die ersten Gedanken, also, ihr habt euch auf die Folge gefreut, oder? Also, ich muss sagen, ich habe mich mega auf die Folge gefreut, ich habe die Folge ja auch auf uns reingeschmissen und, äh, dann ist ja die Crimebuster-Ära und, äh, der Gifty Gockel ist für mich einfach eine total geniale Folge. Sie ist nicht immer zwingend logisch von der handelnden Person, sage ich mal, weil Donald Lassandro kommen wir in der Erde auch zu sprechen, der ist ja schon sehr crazy unterwegs, aber, dann ist alles so, wie gesagt, von den Sprechern, von den Sounds, von den, äh, total geil, total geil. Finde ich richtig gut. Ja, also, ich habe mich auf die Folge auch gefreut, weil, ähm, das ist so eine, so eine, so eine Folge, die, ähm, bei mir manchmal, habe ich so jetzt auch wieder beim Hören gemerkt, so ein bisschen unter dem Radar läuft. Was? Wenn ich den Titel so höre und der giftige Gockel, dann denke ich mir immer so, boah, hast du eigentlich so gar keinen Bock, die zu hören, aber wenn ich mir sie dann anhöre, dann denke ich mir, boah, eigentlich ist diese Folge so, also, die ist gut, die ist witzig, die hat so, so, so viele Szenen, die hat, ja, die hat ein gutes Zusammenspiel von den Charakteren, ähm, und, ja, ich will jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, bevor ich jetzt dann schon direkt quasi mehr oder wie gerade unser Ende springe, aber, ähm, im Grunde mag ich die Folge einfach auch. Sie möchte gar nichts sagen, glaube ich. Ich bin, ich bin am überlegen, weil, ähm, ich brauchte auch heute etwas länger für, wie ich merke, ähm, weil ich, hab's eh nicht so wie Jonas, dass, ich hab ja gerade eben schon gesagt, ich die eher unter dem Radar habe und dann auch teilweise so denke, ach nee, muss jetzt nicht unbedingt sein, äh, und als ich sie dann gehört habe, war es okay, ist ja doch eigentlich eine ganz nette Folge, ist jetzt nicht meine Lieblingsfolge, es, äh, hat auch so ein paar Sachen, wo ich mir denke, okay, das könnte vielleicht dann doch ein bisschen anders sein, aber an sich ist es jetzt nicht übel, deswegen relativ neutral. Ja, ich hab mich auch brutal vorbereitet, ich hab ja, äh, das Cover quasi auf meinem Grill nachgestellt, von daher, die Leute, die uns auf Instagram folgen, die könnten unter anderem das Bild gesehen haben, äh, quasi ein giftiger Gockel, äh, live art. Da hab ich, da hab ich eine Frage, was ist diese komische Spritze eigentlich? Ähm, also das, normalerweise ist es halt eine Marinadespritze, zumindest die ich benutzt habe, damit kannst du halt in das Fleisch, äh, gewisse, äh, Soßen und so weiter spritzen, wobei das eben halt jetzt in dem Buch vom giftigen Gockel, ähm, Pulver ist, aber deswegen weiß ich nicht, wie das in der Spritze funktionieren soll. Ähm, ansonsten, da ich ja, äh, Barbecue-affin bin, ähm, wäre wahrscheinlich auch einfach so gegangen, dass man das Fleisch entsprechend einlegt, gibt es also diverse Brienen, wo man die dann das Fleisch dann quasi darin einlegt und das eben halt aufgenommen wird oder eben halt, äh, durch Spritzen, wo du kannst das Fleisch halt zarter machen oder eben halt die Soße dann zentral quasi einfügen in das Fleisch, aber ich hätte es wahrscheinlich anders gemacht, als in dem Buch beschrieben, aber in dem Buch ist halt Pulver, von daher frage ich mich, wie sie das hinkriegen, ob es halt irgendwie dann, weiß ich nicht, ja, irgendwie mit dem Röhrchen oder irgendwie einfach, keine Ahnung, aber ist halt nicht ganz so dramatisch, die Idee war aber so geil, dass ich ja, weißt du was, probier es doch mal aus, mach es einfach mal. Ja, Jonas, kommen wir zu deiner Zusammenfassung in drei Sätzen. Ja, diesmal sind es tatsächlich, äh, ich überfliege es doch mal ganz kurz, es sind vier Sätze, aber ich habe mich wirklich sehr kurz gehalten. Durch einen Zufall erfahren die drei Detektive von einer möglichen Massenvergiftung durch Grillhähnchen. Nach einem Attentat auf Justus und Peter und anschließenden Ermittlungen kommen die drei dem Übeltäter auf die Spur. Es handelt sich um den Geschmacksmittelhersteller Don Della Sandro, der einen Geschmacksverstärker nutzen will, welcher krebserregend ist. Am Ende können sie den Übeltäter zur Strecke bringen und den schicken King Big Barney Crown vor einem Unglück bewahren. Ich bereue es jetzt schon, dass ich nachher Fisch mache und nicht Hähnchen. Ich kriege jetzt schon Bock auf Hähnchen, ne? Ich habe mich gerade nur gefragt, ob es dieses Wort Geschmacksmittelhersteller, ob das überhaupt so ein gängiges Wort ist. Also ich habe mir gedacht, es wird so hinkommen, aber... Ich muss ja sagen, im Buch ist es nicht der Geschmacksmittelhersteller Don Della Sandro, sondern der Flavor King und das finde ich mega geil. Habe ich auch gleich immer nach zusammen, was du benutzt. Und Flavor King finde ich voll gut. Hört sich genau vor dem Zusammenhang. Den Chicken King, warum nimmt man dann nicht, hat man das nicht einfach auch im Deutschen auch übernommen? Ich weiß gar nicht, ob es in der Folge... Es wird, glaube ich, mal genannt, welche Funktion Don Della Sandro hat. Der hat ja Miracle Taste und die machen ja Geschmacksmittel, glaube ich, im Allgemeinen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und deswegen... Ja, wobei ich sage mal, Flavor wird damals nicht so der große Begriff gewesen sein, wie wir vorhin auch schon hatten, mit diesem To-Go. Chicken war ja... Wie gesagt, McChicken und Co., das ist ja alles so allgegwertig immer gewesen und Flavor, Geschmack, das war ja nie so Flavor-mäßig nie so ein Thema gewesen. Ich denke mal einfach, damit wir armen, dummen deutschen Kinder das auch verstehen, was der Kerl da macht. Ja, ist ja nun mal so. Der macht dieses ganze englische Zeug, was ja jetzt mittlerweile Einzug erhalten hat. Ich meine, der kann wahrscheinlich besser Englisch als Deutsch. Ja. Trau ich aber wahr. Eiskalt, ja. Aber ist ja wirklich so. Man benutzt halt viel mehr Englisch, wir ja auch, Jonas. Wir benutzen auch viel mehr englische Begriffe als früher. Ja, das auf jeden Fall. Das stimmt. Ja, ich glaube, dass das, was man auch nicht vergessen darf oder was ich vielleicht in so einem Zusammenhang dann mir dann auch im Nachhinein immer überlege, klar, man muss überlegen, die Folge ist aus 1990, wie du schon sagst. Es sind halt andere Begrifflichkeiten, die damals benutzt worden sind. Und für Nell ist die Folge quasi eine junge Folge, für Nell ist es eine Steinzeitfolge. Und von daher, ja, man hat natürlich versucht, für den Deutschen dann auch entsprechend zu übersetzen oder auch interessant zu machen. So, dann komme ich zu meiner etwas anderen Zusammenfassung. Der Flavor-King Donda Lassandro hat ein geniales Geschmackserlebnis entworfen und macht die Hähnchenkette von Bunny Crown so zur Nummer 1 des Landes. So zumindest der Plan. Die gewalttätigen Schwurbler Justus, Peter und Bob wittern jedoch gefährliche Nebenwirkungen in Donda Lassandros einmaligem Produkt und zwingen ihn so zum Äußersten. So, das war meine Zusammenfassung. Ihr merkt, Donda Lassandro ist mein Held. Also ich finde ihn überragend. Der ist auch gut. Also es ist auch, es ist, als Figur finde ich, er ist super vom Sprecher her. Es passt einfach alles. Es ist sehr stimmig. Ja, wo du gerade im Sprecher sagst, komm, dann hau ich jetzt mal raus. Und zwar ist der Sprecher, ist ja Jürgen Thormann, der hat ja, jetzt pass auf, wenn ich jetzt die Rollen aufzähle, dann ist der Knaller vor dem Herrn. Der Senior Santora aus dem Zauberspiegel. Ne, Topfigur. Wesley Thurgott aus der Silbermine. Den Professor Wohlstatt aus der Schattenwelt. Der Zauberer Nightingale aus dem Kabinett des Zauberers. Und der Grummel Griesgrab aus Regina Regenbogen. So. Ich wollte dich auch noch mit aufführen. Nein, aber das sind ja gerade aus den früheren Folgen, wie gesagt, der Zauberspiegel, Silbermine, das sind ja Charaktere, und da waren auch ein paar andere Figuren dabei, die ich jetzt nicht aufgeschrieben habe. einfach mega geil und halt alles Bösewicht. Ne, gar nicht, das ist nicht alles Bösewicht, das ist ja gelogen. Sanio Santora ist ja kein richtiger Bösewicht. Ne, aber das sind halt alles so Personen, die im Kopf bleiben, die im Ohr bleiben. Total geil. Ja, genau. Okay, ne, bei dir anscheinend, wir müssen anscheinend da nochmal, warum, Sir Gott kennst du doch, oder? Du gerade als hier Ellie Jemison Fan? Ja, schon, aber ich hab den irgendwie nicht so im Kopf, welcher Charakter das ist. Die Stimme schon, aber... Dann ist der, die in der Mine rumballert. Der Blauäugige? Was? Ja, es gibt doch diesen Typen, der sich als den anderen ausgibt. Ja, in der Silbermine. War doch so, ne? Ja, klar, da müsste er gewesen sein. Ja, der gibt sich ja eine andere aus. Ja, der hat ja andere Augenfarbe, genau. Ach, so, okay, jetzt. Ja, den, Zug hab ich nicht... Ja, der ist er. Den Zug hab ich gerade nicht mitbekommen. Der ist irgendwie vorbeigefahren. Aber, ne, komm, jetzt mach den Klappentext und dann darfst du hier gleich weiter loslegen. Der ist ja auch besonders schön kurz heute. Ja. Millionen werden sterben, flüstert das Unfallopfer. Wer ist der Täter? Die drei Detektive schalten sich ein und ein Wettlauf mit der Zeit beginnt. Schon bald merken die drei Freunde, dass sie auf der richtigen Spur sind, denn die unbekannten und ein bekannter Gegner schlägt zurück. Ja, das war es schon. Er frischend kurz. Verdammt kurz. Vor allem verrät auch ziemlich wenig, ne? Allein schon das Unfallopfer, dass da jetzt nicht hier die Julia Crown erwähnt ist, als Tochter vom Chicken King. Hab ich ein bisschen überrascht, muss ich sagen, als ich das dazu gelesen hatte, dachte mir, boah, ist aber wirklich fast nichts sagen, ne? Außer Millionen werden sterben und hast ja schön da ein Hähnchen mit der Spritze in der Brust und dann war es das. Also von daher, Erwartungen sind zwischen überall und irgendwo, ne? Schon so. Aber ist doch eigentlich gut. Also ist es endlich meiner Meinung nach zumindest mal ein Klappentext, der gut ist. Ja, auf jeden Fall. Also den Klappentext, da muss ich wirklich sagen, ich finde den Klappentext einfach gut, weil er verrät nicht zu viel, wie wir hatten, ich weiß gar nicht mehr, welche Folge es war, wo wir hinterher festgestellt haben, ja, eigentlich erzählt der Klappentext ja schon die ganze Geschichte und ich finde es halt auch vor allem so schon dieser erste Satz, Millionen werden sterben, das ist so, es ist nicht nur einer oder zehn oder so, ne, so Millionen, das ist einfach direkt schon so eine Zahl, wo du dir denkst, ach du Scheiße, was geht da ab? Und dann das Cover, ich finde dieses Cover halt einfach so mega gut, einfach dieses Hähnchen mit dieser Spritze drauf. Also ich hätte jetzt nie an so eine, wann hast du gesagt, das ist ja Marinadespritze oder wie, was? Ja, genau. Ich habe immer gedacht, das wäre so, ich habe es immer als eine Giftspritze interpretiert, weißt du, dass das Gift quasi jetzt in das Hähnchen gespritzt wird und das so, der giftige Gockel, ne, also vor dem Zusammenhang, aber ich finde dieses Cover halt einfach gut und dieses Hähnchen sieht auch irgendwie so lecker aus, muss ich ja mal so gestehen. Wolltest du reinbeißen? Sieht zum Anbeißen aus das Cover, das ist einfach. Ja, nein, es ist so ein bisschen wie, wenn bei Asterix und Obelix in den Comics die Wildschweine essen oder so, die sehen auch total lecker aus. Wenn die Wildschweine in Wirklichkeit so aussehen würden, dann würde ich sie auch voll gerne besonders an der Wildschweinkeule essen. Also dieses Hähnchen sieht einfach gut aus. Also ein sexy Hähnchen mit einer Spritze. Das hast du jetzt gesagt. Vielleicht ist es auch eine Giftspritze, kann ja durchaus sein. Das sieht ja auch ein bisschen, für mich wäre es dann logischerweise eine Marinadenspritze im Endeffekt. Aber damit halt Flüssigkeit. Es wird ja auch Sinn machen vor dem Hintergrund, dass es sich ja um Geschmacksverstärker handelt. Dass es nicht Gift direkt reingespritzt wird ins Hähnchen. Ich habe ja Lotto, Mara und Nell demnächst zum, wenn Lotte ihren Flurschein hat, zum Grillen eingeladen und dann werden wir hier mit Marinadenspritzen hantieren. Also der möchte vielleicht auch vorbeikommen, mal gucken. Boah, wie nett. Ja, hallo? Hier muss ich mal vorbeikommen? So, aber kommen wir zu dieser Thematik krebserregende Stoffe und Lebensmittel. Wie gesagt, der ist ja immer noch top aktuell im Endeffekt. Ist ja wirklich so, dass viele Sachen noch getestet werden wegen krebserregenden Stoffen. Wir haben ja gerade bei Offenbarung 23 bei der Hörspielserie haben wir ja auch diese Thematik selbst noch. Da war ja glaube ich diese Sonnencreme-Geschichte, wo krebserregende Stoffe drin waren. Also diese krebserregenden Stoffe sind ja generell auch heute in Hörspielen immer noch top aktuell. Eigentlich ist diese Folge fast komplett zeitlos. Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube sogar bei Offenbarung 23 geht es nicht nur um die Sonnencreme. Es gibt glaube ich wirklich so eine Folge, die sich mit diesem Thema krebserregende Stoffe generell glaube ich sogar beschäftigt. Aber ich glaube das ist aber auch so ein Thema, wo ich mir bis jetzt, also bis jetzt zu unserer Folgen sprechen, auch noch nie so wirklich Gedanken drüber gemacht habe. Ich meine Offenbarung 23 ist schon länger her, dass ich diese Folgen gehört habe. Aber im Grunde hast du recht. Es ist ein Thema, was aktuell ist, wie wir ja schon sagten. Man macht sich Gedanken darüber, was ist im Essen drin und Antibiotika und keine Ahnung. und wir gucken, dass möglichst gute Freilandhaltung die Tiere haben, von denen man das Fleisch kauft oder so. Ja, ist schon zeitlos, ja auf jeden Fall. Du musst aber gar nicht mitnehmen. Die Mutti kauft ein, die macht das schon richtig, ne? So ungefähr, ja. Ja, bei mir in deinem Alter war genauso. Also ich habe damals auch nicht gekocht und heute schmeiße ich hier fast jeden Tag den Grill an. Also von daher, ja, ist einfach so. Wenn man als Jugendlicher denkt man sich, weißt du was, wenn die Eltern im Urlaub sind, du machst ja ein paar Nudeln in den Top, das passt schon. Ja, das ist wirklich so. Also das ist, das kommt oder kam bei mir auch jetzt erst, ne? Durch selber kochen und dies und das, dass man halt guckt, okay, was kaufe ich jetzt ein und was mache ich? Früher war das einfach so, ja, okay, wie du schon sagtest, der Eltern sind nicht da, da werden Nudeln reingeworfen oder machst du eine Dose Gulaschsuppe auf, Hauptsache ist günstig, ne? Und jetzt guckt man natürlich schon ein bisschen anders auf das Ganze, ne? Dose Ravioli, warm und kann das Nudeln machen kalt, ne? Also von daher. Kommen wir zum Beginn der Folge. Ich fange mal mit dem Buch an. Und zwar ist es im Buch so, dass Peter mit seinem Schurokko auf dem Krankenhauspark als gefahren kommt und es regnet sehr stark. Das hört man ja auch im Hörspielanfang ja genauso und jetzt ist ja, glaube ich, Gewitter, meine ich. Justus sagt dann, dass du dich von den Mädchen so rumkommandieren lässt und Peter, ich sage es dir nicht so gern, aber Mädchen sind die einzige Sache, von der du nicht gerade Peter verstehst. Und Justus, recht hast du, aber da soll ich mich nicht davon abhalten, ihr trotzdem gute Ratschläge zu geben. Ich denke mir, okay, geht das schon mal gut los. Finde ich aber noch ganz ambisant, muss ich sagen. Dann kommen sie zu Kelly ins Zimmer und Kelly telefoniert mit ihrer Freundin Sue und sagt, sie müsse auflegen, ihr Typ kommt gerade mit einem Freund. Dann wiederholt sich wie der Freund so ist, muss halt Justus und sagt dann mit einem spöttischen, aber liebenswerten Lachen, kommt drauf an zu, zugeklopft ist unterkühlt, würde ich sagen. Dann reicht Kelly halt Justus das Telefon und sagt, zu möchte mit ihm sprechen und das ist natürlich für Justus gar nichts. Er sagt einfach nur, hallo, hier Justus Jonas und er richtig schön so wie an der Zentrale auch unterwegs ist und auf die Frage, wie läuft es denn so, kommt überhaupt nicht klar, wie soll was laufen, also währenddessen strahlen ihn Peter und Kelly in glücklicher Zweisamkeit an. Also das ist wirklich so, die arme Socke, wie da gerade, der mit dem Mädchen gar nicht klarkommt, mehr oder weniger vorgeführt im Endeffekt und die beiden denken sich, ach ja, uns geht's gut, wir mögen uns, wir finden uns toll und der arme Justus muss am Telefon stammeln und kriegt gar nichts auf die Kette. Ja, kann man rausschneiden, ist mal ganz lustig, dann Justus so in einer anderen Art und Weise zu erleben, wo er halt nicht so dieses sichere Auftreten hat, dieses Professionelle im Endeffekt, sondern einfach mal so ein bisschen, boah scheiße, ich muss jetzt mal auf die, irgendwie so Sheldon Cooper mäßig, ne? Mhm. Im Endeffekt, also wo er dann einfach gar nicht drauf klarkommt, auf diese Gefühlsebene. Aber wo wir jetzt bei Kelly sind, habe ich mal eine Frage an euch. Mhm. Wie haben sich denn Peter und Kelly überhaupt kennengelernt? Wie sind sie denn zusammengekommen? Im Buch ist beschrieben, ist ja auch Kellys Premiere, deswegen wird es auch im Buch beschrieben. Habt ihr eine Idee? Könnt ihr euch mal vorstellen? Oder soll ich einfach mal raushauen? Also, Stimmte wie beim Sport oder so. Ja, Kelly, ich weiß gar nicht, ob das richtig ist oder nicht, aber ich habe so in der Erinnerung, war Kelly nicht mein Chili daran oder so? Genau, deswegen so, von wegen, dass sie, Peter macht ja auch seine Sports und dass sie sich vielleicht so kennengelernt haben. Keine Ahnung. Also, das Buch ist ganz einfach. Der Buch ist natürlich der optimale Ratgeber für jede Frau, wie man sich an einen Kerl angelt. Da steht drin, vor sechs Monaten hatte Kelly beschlossen, dass Peter eine feste Freundin braucht. Peter hat keinen nennenswerten Widerstand geleistet. Tada! So wie beim Pärchen, also, 1990, so läuft das. Uff. Ja, eigentlich für Thomas Zertal perfekt, Evo Levine, für Girlfriend, der geht wieder in den Song, ne? Ja. Ja, also, genau so quasi, ich bin jetzt eine feste Freundin, okay, wenn es sein muss. Ne, also, ganz pragmatisch. Ein bisschen, nun ja. Nur Bob sucht es bis heute noch, von daher, da kommt jeder gleich noch drauf zu sprechen. Kommen wir jetzt zum Hörspiel. Als im Hörspiel kommen ja Peter und Justus zu Kelly ins Krankenhaus, probieren sie dann quasi ihre neue Mitnachbarin, namens Julia Crown, die sich ja als Tochter des Imbissgiganten Bunny Crown herausstellt. Und später informiert dann Kelly, Justus und Peter, dass Julia Albträume hat und stöhnt dauernd, Millionen Menschen werden sterben. Er vergiftet die Hähnchen. Und bei ihrem nächsten Besuch berichtet Kelly dann, dass Julia Besuch hatte von mehreren verschiedenen Leuten. Neben ihrem Vater Barney war er noch ihr Ex-Freund Sean Fellows, eine Freundin namens Maria Gonzalez und ein merkwürdiger Besucher, den Kelly Mr. Sweetness getauft hat. Und Mr. Sweetness hat ja dann auch von Julia den Schrank durchsucht und ist dann ziemlich schnell wieder gegangen. Heißt, er hat aber etwas Bestimmtes gesucht, den Lord Justus. Und Bob entdeckt dann noch Blumen vom Bahnhofskonkurrenten Michael Argenti. Name finde ich auch schon ziemlich geil. Michael Argenti von Chico Bello. Könnte auch eine Hundefirma sein. Oder vielleicht das bellende Hühnchen, ich weiß es nicht. Also diese ganze Krankenhausszene ist ja schon sehr, du hast direkt ganz viele Verdächtige auf einem Haufen, die dann plötzlich alle verdächtig sind. Justus soll hier schon mal aus, dass diese Maria González halt nicht in die Frage kommt, weil sie sagt ja, Julia Con stöhnt ja, er vergiftet die Hähnchen, deswegen fällt sie ja raus. Und auch dieser Sean Fellows, der Ex-Freund von ihr, der fliegt ja quasi direkt raus, weil Justus sagt, also der Ex-Freund, glaube ich nicht, dass der Ex-Freund, glaube ich nicht, dass er da irgendwas im Stil geführt. Wobei halt im Buch ein bisschen anders ist. Da fällt nämlich Peter zu diesem Sean Fellows hin. Der guckt dann an seinem Auto und dann kommt dieser Sean Fellows mit einer Kette schwingend von der Veranda gesprungen und möchte Peter vermöbeln und erklärt dann aber auch, dass er eigentlich auf Punks wartet, die wohl gedroht haben, irgendwie sein Auto zu demolieren. Also von daher, ganz komische Szene, muss ich sagen. Also ein Kette schwingender Sean Fellows, der Peter fertig machen möchte. Weiß ich nicht. Passte irgendwie so gar nicht. Bevor ich, ich fange einfach mit Bob einfach mal an. Bob ist in der ganzen Folge entweder, er ist überhaupt nicht da. Deswegen, Nelson, dein News auch die zwei Fragezeichen. Er ist in der ganzen Folge einfach nicht präsent. Er taucht plötzlich mal so nebenbei als Sidekick auf. Ach übrigens hier, ich bin der Bob. Ich mache eigentlich Recherche und Archiv, habe aber eigentlich überhaupt keinen Bock und eigentlich habe ich Besseres zu tun. Er ist entweder bei Sexhändler oder er steigt irgendwelchen Weibern nach im Buch. Also es ist wirklich in dem Buch, ich finde das so schlimm. Bob hat hinterher dann Justus und Peter angerufen und er konnte nicht ins Krankenhaus kommen. Er musste sich eine neue Rockband für die Agentur anhören. Dabei hatte er eigentlich ein Debt mit Jennifer, was er fast vergessen hätte. Und Amy war auch sauer, weil sie ihn eigentlich zu einer Strandparty eingeladen hat. Und Peter sagt dann in einem schönen Kommentar, der Job in der Agentur lässt ihm kaum noch Zeit für das süße Leben. Also wo ich dann denke, boah, Alter, Falter. Und es wird im Laufe der Folge halt noch schlimmer, wo sie dann eben halt ins Krankenhauszimmer kommen. Sagt dann Bob, na, wo ist unser Fall? Oder ist die kleine Prinzessin des Chicken King ausgeflogen? Ich denke mir, alter Feder. Und dann ist ja hinterher noch so, wo sie dann zu der Schwester Elisabeth gehen und dann ein paar Infos haben wollen wie Mr. Sweetness. Ist dann im Buch so beschrieben, dass er eben halt die Krankenschwester bezierzt. Es ist wirklich sehr wichtig. Er fuhr sich mit den Fingern durch das blonde Haar. Ich denke mir, Alter, Falter, ey. Ja, er ist blond, ich habe es gehört. Ich habe es gelesen. Ich habe recht. Mein Bob ist trotzdem nicht blond. Meine aber. Ja, ist ja schön. Darf er ja auch sein. Du hast den Abflug als Regierungsmuss hin. Lass den Bob mal machen. Ja, immer, ich warte jetzt eigentlich immer noch drauf, dass wir zum, wie wir den Beginn der Folge fanden, mal irgendwas sagen können. das ist in einer Natur. Ja, wir haben ja Buch gerade drüber gesprochen. Aber jetzt, Hörspiel, dann licht doch mal los. Ich wollte jetzt nur den Bob nochmal reinschieben. Ich finde den Einstieg in die Folge, finde ich zum Beispiel richtig gut, weil man schon sämtliche Nebencharaktere vorgestellt bekommt auf eine gewisse Art und Weise. Du kriegst Big Bunny Crown taucht direkt am Anfang auf. Du hast Kelly, die quasi dann auftaucht, mehr oder weniger als Auftraggeberin, als Initiatorin. Du hast den Don Delessandro am Telefon, wenn er anruft und fragen will, wie es Julia Crown geht. Ja, Julia Crown hast du natürlich auch. Mr. Sweet ist mit erwähnt. Du hast viele Charaktere, die schon erwähnt werden, die im Laufe der Folge halt noch eine wichtige Rolle spielen. Aber du weißt es jetzt am Anfang natürlich noch nicht. Aber du kriegst die direkt relativ gut vorgestellt, ohne, finde ich persönlich, jetzt einen großen Überblick zu verlieren, wer eigentlich wer ist. Ja, aber ich hoffe nicht einfach daran, dass die Stimmen so prägnant sind. Wir hätten ja bei Hölle des Grauenstels das Problem, bei Kali Day, dass wir die gar nicht auseinanderhalten konnten. Ja. Oder auch die Gäste, die dann plötzlich auftauchen und dann wieder in der Versenkung verschwinden. Hast du hier ja nicht. Hier hast du die Figuren, die bleiben, haben prägnante Stimmen und du kannst die immer auseinanderhalten. Ich glaube, es hängt jetzt aber auch damit zusammen, dass, also für mich persönlich, dass im giftigen Gockel jetzt die Personen, die auftauchen, auch alle noch irgendwie eine Rolle in der Folge spielen. Die Gäste in die Hölle des Grauens, ja, die sind irgendwie da, aber die spielen nicht so eine wichtige Rolle. Also finde ich jetzt persönlich so, dass, die sind halt so als, als tolle Nebencharaktere da, aber eigentlich hättest du die, theoretisch könntest du die auch rauslassen. Die Szenen mit den Gästen könntest du auch rauslassen, die Folge wird trotzdem funktionieren. Das kannst du jetzt bei giftigen Gockel nicht die Nebencharaktere rauslassen. Der Ende ist auch ein Gast in der Hölle des Grauens. Den kannst du nicht rauslassen. Ja, ich verstehe schon mal. Ja, aber du kannst viele, diese, du kannst viele der Szenen eigentlich mit den Gästen, die sind eigentlich überflüssig. Sorgen halt noch für ein bisschen Spannungsfaktor, natürlich, aber da ist es nicht so wichtig, wer jetzt, wer ist. Naja, aber hier hast du, wie gesagt, allein von den Personen, die sind ja auch alle so prägnant. Ich meine, wenn wir allein schon daran denken, wie Barney Crown ja ins Krankenhaus kommt, Schwester, wo ist sie? Wo liegt meine Tochter? Welche Zimmer? Ist ja sofort in Verzweiflung, sag ich mal. Er möchte schnell zu seiner Tochter und dann erblickt er halt Justus, wo Justus ihm dann hilft und dann sagt er, du hast das auf den Rippen, glaube ich, meine Hähnchen, du gefällst mir, Junge, ne? Hier, Gutscheine für dich. Naja, also ich finde, auch der erste Eindruck von Barney, oder generell der Eindruck von Barney, der ist total geil. Wie gesagt, der ist super geil gesprochen. Der ist, wer guckt es jetzt so komisch wieder an? Alles gut. Ja. Da komme ich mal kurz zu Barney. Ich habe gesprochen von Wolfgang Fölz, der ja eigentlich auch Peters Großvater ist, Ben Peck. Wusste ich es doch. Okay, gut. Hatte ich mir schon gedacht, aber ich war mir nicht sicher. Er spricht ja auch den Majestics bei Asterix und er spricht ja auch den Tim Portland in meiner Guilty Pleasure-Folge Rache des Tigers, wo er ja dieses Gammelfleisch-Restaurant hat. Das heißt, Barney hat anscheinend diese ganze Geschichte hier gar nicht so gut überstanden, wie wir gedachten, und macht am Ende halt ein Gammelfleisch-Restaurant auf. Die arme Socke. Nee, aber ich finde, das Krasse finde ich bei Barney und auch so, wie er gesprochen ist, er ist im Buch noch wesentlich schlimmer, da sage ich gleich was zu. Ich finde ihn, er ist sehr, ja, ich sage mal präsent. Er ist sehr ich-bezogen, er liebt seine Firma über alles, er liebt seine Produkte, er liebt sich auch über alles im Endeffekt. Also er ist ja wirklich auch ein Spaßvogel vor dem Herrn. Ist wirklich im Buch, ist das noch wesentlich dramatischer, dass er dann eben halt auch die Werbespots macht, sie sind auch bei einem Werbedreh dabei, er trägt ja immer welche Hähnchen-Trainings-Anzüge, also Jogging-Anzüge und alles ist mit, also Hähnchen bestimmt sein Leben, von vorne bis hinten, also Wahnsinn. Jonas? Das wird ja auch erwähnt, wenn die zur Party gehen hinterher. Das ist ja ähnlich, genau. Alles erinnert irgendwie an Hähnchen. Da wird es ja auch nochmal kurz erwähnt. Nicht so krass mit, dass er wirklich mehr oder weniger schon fast wie ein Hähnchen rumläuft. Ja, es ist wirklich, er ist eine laufende Werbefigur. Er ist halt wirklich das Gesicht des, der, der Imbisskette, oder des Ladens. Und, ähm, er ist da schon wirklich sehr extrem unterwegs. Aber hier finde ich ihn wirklich nicht drüber, obwohl er halt auch mit dieser Lache, ha, 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 also, ich finde das einfach mega sympathisch, diesen Bannik-Forn, finde ich mega sympathisch. Ja, auf jeden Fall. Ich sag mal, die Gefahr ist ja da, wenn du einen Sprecher hast, der das ein bisschen überschrapaziert, oder auch das Skript hast, das ein bisschen überschrapaziert, dass es irgendwann relativ schnell nervig wird. So, habe ich aber hier gar nicht. Hier sage ich, gib mir mehr vom Bannik her, finde ich gut. Ich finde auch die Stimme halt so genial. So, wollt ihr noch was zum Beginn der Folge sagen? Oder haben wir schon genug? Ich denke, wir haben schon. Meinst du, haben wir genug? Okay. Was mir aufgefallen ist, die Musikuntermalung in der Folge, hast du ja mal drauf geachtet, so richtig typisch so, ich sag mal, 80er, 90er Jahre Musik, die so reingespielt wird. Also, total toll. Gefällt mir richtig gut. Ich weiß nicht, du als jüngeres Semester? Nee, ich mag es auch, ich mag aber auch die Musik aus den 80er, 90ern generell sehr gerne. Deswegen, ist schon gut und hat auch, ach, ich weiß gar nicht, dieses, dieses eine Stück, dieses etwas flottere, das mag ich auch extrem gerne. Ich werde gleich ein, ein Sternchen in der Notizie markieren für, du magst die Musik der 80er, 90er. Dann, ganz, kurz zur Reynolds-Geschichte. Sie sind ja ganz, bei Reynolds und, da ist ja Bob auch mal wieder dabei. Endlich. und erfahren, dass der Unfall Melda seinen Namen nicht genannt hat und weitergefahren ist, ohne sich um Julia zu kümmern und nur so schließt daraus, dass es womöglich ein Attentat auf Julia war und dass Julia hinterher auch war, kann sich ja nicht an nichts erinnern. Da ist natürlich dann dieser Plot, Moment, wir müssen jetzt ermitteln. Da stand quasi dann der Fall halt endgültig, sag ich mal. Ja, nee, ist klar, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es halt schon ein bisschen lächerlich, dass die Polizei da nicht irgendwie dann auch mal irgendwie drauf kommen könnte, dass das Ganze jetzt so ein bisschen sich nicht alles so, also es hat halt ein bisschen Ungeeimtheiten und dass Justus natürlich das dann wieder erkennt, ist ja klar, aber die Polizei nicht. Das ist ein bisschen. Sag ich, Reynolds sogar noch und daher Beweisführung, daran arbeiten wir noch. Ja, ich werde, vor allen Dingen, Reynolds ist ja eigentlich immer so, dass er die drei Fragezeichen jetzt nicht unbedingt ermitteln lassen will, ähnlich wie Cotter und jetzt einfach hier, jojo, macht mal euer Ding. Ja, da gebe ich dir recht, das ist wirklich, wirklich merkwürdig. Ist halt so typisch, typisch, typisch Teenager-Fall, finde ich, das ist richtig, du hast ja völlig recht, du hast ja völlig recht, also jetzt aus der heutigen Sicht, als Erwachsener würde ich sagen, ja, stimmt und aus der Sicht meines damaligen Ichs war mir das gar nicht so, gar nicht so in den Sinn gekommen, muss ich sagen, was ich jetzt bei dir gewesen. Das sind so Punkte, da achtet man, glaube ich, ja, das ist ja so ein Thema, welches ich ja immer wieder auch mal anspreche, man achtet auf gewisse Dinge jetzt ganz anders, als wenn man sie damals gehört hat. Ich glaube, auch, wo ich die zum ersten Mal gehört habe, die Folge, da war ich ja auch noch nicht so in der Reife wie jetzt, da nimmst du solche Sachen einfach hin. Du unterfragst es einfach nicht, dann nimmst es einfach hin, dass es so ist, weil du einfach nur das Hörspiel hören willst und es nicht auseinanderklamüsern möchtest jetzt als Hörer. Ich denke mal, wenn wir die ganzen Crime-Buster-Fälle mal für sich nehmen, dann hast du ja sowas häufiger, weil es wird ja härter, brutaler, sag ich mal, und normalerweise, wie sag ich mal, bei gekauften Spielern, wo halt der Wagen explodiert, das ist ja auch so ein bisschen, wo die Polizei auch mehr einschreiten muss. Ich meine, der Wagen wurde ja als gestohlen gemeldet, im gekauft für Spieler, hat sich dadurch ein bisschen aufgeklärt, aber trotzdem merkwürdig, dass der Wagen dann einfach explodiert, die Polizei macht nichts mehr im Endeffekt. Also, ja, wie gesagt, ich muss sagen, ich weiß nicht, wie es bei den anderen Büchern ist, aber dieses giftige Rockwell-Kreinbuster-Bud, muss ich sagen, boah, das hat mir schon ein bisschen nicht so, ich habe mich richtig auf gefreut, dazu lesen, weil ich dachte, boah, die Folge finde ich richtig gut und dann lese ich dann nur, Bob, mit dir Mädel weg, Bob hat das Mädel, Bob kann nicht, ich habe keine Zeit, ich muss weg, ich muss zur Arbeit, ich muss hier hin, warum bist du überhaupt noch dabei? Das ist echt so, wo ich sage, ja, dann verpiss dich doch. Ne, also, gerade Bob, wo ich sage, mein Lieblings- und Lieblings-Frage-Zeichen und der war, kam er hinterher auch noch, ne, also, kommen wir gleich drauf, wenn ich meine Lieblings-Szene dann, da sagt er mir auch ganz kurz einen Satz, wo ich denke, boah, Alter, kann doch nicht wahr sein. Aber kommen wir doch mal kurz in der Schwester Elisabeth ist ab telefonieren, der alte Drachen und sagt, eine Arzt wollen sie sprechen und dann geht sie einen Arzt holen und Justus wittert die Chance und nimmt den Hörer ab und gibt sie als Dr. Jonas aus und, ja, bekommt dann eben halt die erste Bekanntschaft mit Donald Alessandro, der sich dann nach dem Gesundheitszustand von Jula Quaun erkundet und dann hinterher, als Justus nach seinem Namen fragt, einfach nur sagt, sehr schön, Doc, ich werde dich dann selbst kontaktieren und dieses Kontaktieren war natürlich dann auch für mich damals schon als Kind der Startschuss, okay, das wird immer wichtig werden, diese, weil es einfach eine Form der Sprache ist, die man in Kinderhörspielen sonst nicht benutzt. Es wird aber auch sehr betont, finde ich. Ja, ja gut, hast du ja, lustigerweise sind es ja häufiger solche Floskeln, die dann mal so einen Täter zum Fall bringen, ne, wir hatten ja auch bei Rache des Samurai, der Samurai, ähm, auseinander dividieren. Ach so, ja. Die Geschichte. Hast du das ja genauso. Das ist halt so eine ganz einfache Floskel, die dich dann, ähm, die dann den Täter verraten. Komischerweise fand ich es bei der Samurai-Folge wesentlich gravierender als bei dem giftigen Gockel. Einfach wahrscheinlich, weil ich beim giftigen Gockel wesentlich jünger war als bei der Samurai-Folge. Ne, also, ich denke mal, wenn ich die heute höre mit dem giftigen Gockel, würde ich auch sagen, ja gut, das ist jetzt safe, das Wort ist wichtig, da kommen wir auf jeden Fall nochmal dran, und, äh, der ist auf jeden Fall auch der Täter. Den überlegt gerade. Ja, bin ich jetzt ein Ausnahmefall, weil ich bin ja auch eigentlich noch ein Teenager und mir fällt das ja auch alles auf. Ich war, ich, hallo, 1990, ich war neun Jahre alt. Ja, okay, aber gerade Fußball-Weltmeister geworden. Mir ist das halt auch früher aufgefallen. Ja, mit neun war mir ja doch egal, da hast du die Folge angeschmissen und, äh, wenn da halt auch mal eine außerirdische kam, war auch in Ordnung, also von daher. Ne, Gottes Willen, bloß nicht, nein, 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 Ja, ich weiß, aber das ignorieren wir. Okay. Ne, aber, was ich, in dem Alter, sagst du mir, das hast du halt so, so wahrgenommen, vorher hast du die Folge ja nicht gehört, also ich hab nicht mitgerätselt, sondern ich hab dir angehört, für mich zur Unterhaltung, gerade weil Bahn ja auch so unterhaltend war, muss ich sagen. Also ich hab jetzt nicht so, da hab ich mich da hingesetzt, aber boah, ich rätsel jetzt hier bei Giftigur, rätsel dich jetzt mit. Nein? Ne, das ist bei so richtigen Rätselfolgen, ist halt anders. Beim Papagei zum Beispiel, beim seltsamen Wecker. Ich hab das bei jeder Folge gemacht. Ich war jung. Tue ich doch immer. Mache ich heute auch. Heute weiß ich, wer Täter ist, bevor der Autor oder Buchfähig geschrieben hat. das ist, ja, heute ist das anders. Aber früher als Kind hast du die Gesette angeschmissen und dann lief die halt. Wie bei Jonas heute wahrscheinlich noch ist. Ja, ganz ehrlich, so ist das bei mir heute auch noch so. Ich höre die Folgen, um mich unterhalten zu lassen und ich rätsel da jetzt auch heute nicht mit ist. Also, ich schenke den Folgen dann größere Aufmerksamkeit, wenn wir die als Podcast-Folge besprechen. Aber ansonsten, ich höre die Folgen, um mich unterhalten zu lassen. Nelliske Stock gerade. Ja, ich dachte, das wäre so normal. Heute ja. Heute ist das für mich auch völlig normal. Also, wenn wir hier... Okay, Thomas, wie alt bist du jetzt und wie alt bin ich oder wie alt war ich? Ja, als ich 17 war, habe ich, glaube ich, keine Fragezeichen gehört. Da habe ich, glaube ich, andere Sachen gemacht. Ja, gut. Lassen wir das. Jonas, der Lieblingsszenen. Donner Übergang. Apropos andere Sachen. Party bei Barney Knaus. Genau. Also, bei Julias Entlastungsparty, die ja vom Barney organisiert wird, lernt Justus ja dann Don D'Alessandro kennen. Das fällt ihm ja insofern auf, weil er die Stimme wiedererkennt. Er hört ihn ja erst mal nur im Hintergrund und er kennt ja dann die Stimme und hat ja mit ihm telefoniert und kann ihn ja deshalb dann zuordnen. Und er macht mit einer neuen Pralinenkomposition auf sich aufmerksam und gibt die ja, glaube ich, sowohl einer Dame als auch Justus. Peggy. Und, ähm, bitte? Peggy heißt die Dame. Ja. Von mir aus auch Peggy. Und Justus macht ja dann weg direkt sein Interesse, weil er die Geschmäcker sofort raus oder die unterschiedlichen Geschmacksstoffe ja sofort raus, ähm, rausschmeckt. Und, ähm, Don D'Alessandro ist halt total fasziniert davon und möchte ja dann seine Visitenkarte haben, um ihn ja zu kontaktieren. Und, äh, Justus sagt dann ja, äh, ich hab überhaupt keine Visitenkarte. Hält sich natürlich sehr bedeckt. Ähm, und für ihn fällt ja dann schon beim Wort kontaktieren quasi, ist ja dann schon für ihn klar, der ist derjenige auch, welcher angerufen hat im Krankenhaus. Und dann, äh, kommt Julia hinzu und, ähm, verrät ja dann quasi mehr oder weniger, also verrät in Anführungszeichen Justus und seine Kollegen und sagt, ja, sie wollen mir helfen, sind Detektive, die wollen mir helfen, mein Gedächtnis wiederzufinden und wie es dazu kam. Und Justus versucht ja dann so runterzuspielen. Don D'Alessandro ist ja dann sehr so, ah, das ist ja interessant. Und Justus so, ja, das hört sich ja alles viel, äh, ist alles nicht so interessant, wie Julia das so schildert. und, ähm, will ja dann auch sehr schnell aus dieser Szene wieder rauskommen, weil, ähm, er natürlich direkt Don D'Alessandro verdächtigt, alles klar, der hat damit was zu tun und ärgert sich dann, das hört man auch sehr, sehr gut raus, dass ihm was total unangenehm ist, weil er einfach nicht, äh, mehr oder weniger seinen Vorteil, äh, zunichte machen möchte, dass er quasi Don D'Alessandro mehr oder weniger ausfragen oder gegen ihn ermitteln kann, ohne dass er jetzt eigentlich weiß, dass die da, äh, im Spiel, äh, mit im Spiel sind. Das hätte ich dir gar nicht zu tun, ich wollte jünger Mann. Ne, also, Don D'Alessandro ist, äh, genial, also, aber das ist, also, ich find, erzähl. Ja, ich find's, die Szene insofern einfach gut, weil, ähm, quasi, da ja Don D'Alessandro wirklich gut, ne, der, der Schokohase ist präpariert, da ja Don D'Alessandro so seinen ersten wirklich großen Auftritt hat, ne, oder auch einen längeren Gesprächs, Auftritt hat, und, äh, für Justus ist in diesem Zwiespalt, er möchte gerne mehr erfahren, aber Julia macht ihm das dann mehr oder weniger kaputt und er muss ja schnell irgendwie aus dieser Szene, Szene kommen und du merkst einfach, wie, er wirkt so ein bisschen verzweifelt, sag ich mal, er versucht das alles so runterzuspielen, aber er merkt, glaube ich, auch, wenn ich jetzt nicht abhaue, dann geht's komplett in die Hose, weil er, glaube ich, auch nicht so überzeugt davon ist, dass das, was Don D'Alessandro, oder was er Don D'Alessandro erzählt hat, auch so wirklich rüberkommt, dass es gar nicht so viel ist, wie es ist. Wird klar, was ich damit sagen will? Ja, wird klar. dieses Runterspiel nicht so rüberkommt, wie es eigentlich runter rüberkommen sollte. Ich finde, ich finde aber ja nicht so wirklich, dass, also, natürlich ein bisschen verzweifelt, aber ich finde, er wirkt eher so ertappt, wie so ein Kleinkind, was gerade irgendwie dabei erwischt wurde, äh, als er sich einen Keks aus der Keksdose genommen hat. Ja, ja, komm, 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 das war schon so, ne, ja, genau. Nach dem Motto. Aber, ähm, also ich, also, das ist wie bei Thomas, Fritz Hause, ich hab den Fußball nicht geschossen, den Maske ohne geschossen hat. Wir haben in der Flur nicht, wir haben in der Flur nicht Fußball gespielt. Ja, genau, ne, aber doch, ja, dem, da kann ich dir auch recht geben, so dieses Ertapptheit, ne, so ein bisschen dieses, äh, ähm, so ertappt, verärgert, weil er nicht mehr aus dieser Situation machen kann, als er gerne möchte. Ich brauch dringend noch eine von den Pralinen, wie du der so schön sagt, ja, aber das ist das Thema, was ich am Anfang ein bisschen angerissen hatte. Dieses Thema Geschmacksverstärker, Aromastoffe, ähm, war damals eigentlich eher so, siehst du ja hier, gehypt im Endeffekt, keine Kalorien, du hast nur Geschmacksverstärker und Aromastoffe, keine natürlichen, äh, Aromen. Und, ähm, heutzutage hast du ja eigentlich nur noch das Thema, wir haben keine Geschmacksverstärker, keine Aromastoffe, wir haben nur noch natürlichen Geschmack. Das heißt, es hat sich wieder alles so gewandelt, Richtung natürlichen Geschmack, und nicht wie früher in den 90ern, 80ern, 90ern, wo dann hieß, wo das muss, aber, wenn es da etwas schmeckt, aber dann aber richtig, ne, also wenn es da, deswegen, konnte ich früher auch nie richtig Erdbeer, Erdbeer, als essen, weil irgendwie hat das immer so künstlich geschmeckt, finde ich. ne, also, ja, ich glaube aber auch, was so ein bisschen der, der Punkt dabei ist, so, ähm, dieses Geschmacksverstärker-Ding, ähm, man darf ja auch nicht vergessen, dass, das, äh, ist ja jetzt nicht wie die, wie die, äh, neuen Bücher und dies und das, die auch von der Feder aus deutschen Autoren stammen, sondern es sind ja amerikanische Autoren, ne, die da, die dahinter stecken. also man muss halt immer überlegen, dieses Thema war in Deutschland vielleicht für uns jetzt noch nicht so, so groß, aber in Amerika kann es ja einfach ein Riesending gewesen sein. Wahrscheinlich heute noch. Das ist halt immer so, ja, genau, also es ist ja, Amerika hat ja eine ganz andere Esskultur auch, was das angeht. Nein, die haben keine Esskultur. Fetter, größer. Okay, die haben keine Esskultur. Also, ne, wenn wir es bestätigen können, die haben keine, vor allen Dingen haben die keine Frühstückskultur, das ist richtig schlimm. Alter Falter, Dann kriegst du ein Omnip bestehend aus einer Packung Eier. Zum Frühstück. mit Bacon und hast du nicht gesagt, also, boah, alter Schwede, ey. Ja, aber das ist halt so der Punkt, ne, das ist, darum macht es in Amerika halt von diesem Thema her, war es sicherlich super geil, alle fanden super toll, weil es für, für alle so gepasst hat oder so und wir als, als kleine Kinder oder so, klar ist nochmal ein ganz anderes Thema, ne, weil man sich da nicht so Gedanken drüber macht, aber vielleicht hat es in Deutschland dann nicht so den Hype ausgelöst, weil es bei uns nie so das Thema war zu dem Zeitpunkt. Ich weiß jetzt nicht, was 1990 in Deutschland geradeaus hat die Weltmeisterschaft für, für, große Themen gehabt, ne, Mauer, Wiedervereinigung in Deutschland. Was sag ich denn, in dieser Mauerfall, da, weißt du, als die, als der David Hessel auf die Mauer eingesungen hat. Als David Hessel auf die Mauer eingerissen hat, 1989 und dann die Wiedervereinigung 1990, ja. Ja, hier lernt man was. Aber ich weiß noch nicht, war der Abnehmwahn damals nicht auch schon gewesen in Deutschland so, dass das ein großes Thema war. Stimmt, war immer, Haben alle Diätpillen gefressen und, äh, weiß der Geier was. Ja, Aerobic, Aerobic-Videos im Fernsehen und den ganzen Kram da, Warum ist das Kerl weiß, das ist eine andere Geschichte. Ähm, ja. Ja. Wo wollte ich jetzt hin? Ja, zu meiner, also generell, also Donald Sandro kommt es auf einigen, weil auch hier jetzt schon, Nell ist es völlig schonkiert gerade, was hier abgeht. Ja, was ist los mit dir heute, Thomas? Du bist doch sonst so gut vorbereitet und strukturiert. Ich bin doch vorbereitet. Ich, ich lasse einfach Sachen aus für, äh, Gedankenspiele der Hörer. Aha. Nein, es war früher so, da lief halt, äh, diese Aerobic-Videos im Fernsehen, im Fernsehen und, äh, hübsche Frauen mit engen Klamotten und da lief dann halt, die lief dann halt im Fernsehen halt, ne? Ja, mein Gott. Ich wollte du jetzt vielleicht denken. Das war damals einfach so, das war Standard gefühlt. Jeder, jeder Vormittagssendung hast du irgendwelche gehabt, die sagten, und jetzt heben wir das rechte Bein und hoch und Schwung und hoch und Schwung. Also weiß ich nicht, das war, äh, das war, hast du in jedem Film gehabt, in jeder Serie, lief immer mindestens irgendeiner, wenn du so eine Aerobic-Show oder Tanzshow gemacht hast. Ja, und dann kamen die Zeiten, da kamen die Zeiten der Talkshows, die Zeiten der Richtersendung und jetzt hast du halt hier so, weißt du halt, die Zeiten von Asi-TV. Ja, jetzt hast du Asi-TV, richtig, ey. Kinder suchen eins zu Hause oder so, ich weiß nicht, wie der Ding ist, ne. Eins hat es in vier Bänden und weiß nicht, was alles war, ne? Wie erziehst du denn deine Kinder und was ich hier? Halt, Stopp, jetzt rede ich, so war halt, ne? Frauentausch, weiß andere, Wurde ich nicht viel, hat doch gesagt gesucht zu haben, ist alles dieselbe Kacke, ey. Ja, kommen wir doch mal zum, ne, ich wollte jetzt auf den Alessandro noch mal kurz eingehen, aber wir sind uns doch einig, er war doch der Abdard, der Hauptverdächtige, oder? Ja, doch. Weil im Buch ist es nämlich so, dass lange Zeit Barney einer der Hauptverdächtigen waren, ist auch wirklich so, dass dann, ähm, Justus und Peter mal eben nach, ich glaube, nach San Francisco fliegen, zu seiner Hühnerfarm, zu seiner Aufzuchtfarm und da dann eben halt, äh, alles untersuchen und da dann auf, äh, Michael Agenti treffen und, ach, ganz schlimm, also fand ich ganz grausam, muss ich sagen. Aber kurze Frage, kommt es denn dann auch im Buch so rüber, als wer halt noch der Verdächtige oder denkt man sich, ja, okay, das ist jetzt eigentlich ja alles für die Katz? Ja, also ich muss sagen, ich finde es schon irgendwie für die Katz, weil allein schon der Gedanke, dass Barney Crown, sein eigenes Unternehmen, dafür nutzt, um andere Leute zu vergiften, fand ich schon sehr abwegig, muss ich sagen. Wollte ich gerade sagen, das ist ja schon ein bisschen, blöd. Naja, wobei ich sagen muss, Justus ist ja generell ein bisschen blöd in der Folge, aber da komme ich gleich drauf zu sprechen, denn, meine Lieblingszene ist ja die Dripping Chicken Premiere, äh, Peter und Justus sind zu Gast in Barneys Firma, ich finde allein schon den Anfang so geil, von Passetti gesprochen, in seiner lauten Art führte er sie durch das prachtvolle Gebäude, in dem buchstäblich alles, angefangen vom Türknopf bis zur Form des Dachen, äh, des Daches, an Grillhähnchen erinnerte. Und ich habe schon, ein Passettchen-Gefühl, der ist aber gleich. Wie bei mir ist es auch so, ich kriege bei der Folge Hunger auf Grillhähnchen, es ist unweigerlich, ist das einfach so, dass ich bei der Folge Bock auf Grillhähnchen kriege, ne? Also, genial. Und auch dann Barney, da merkst du halt, wie er dann komplett aufblüht, ne? Und, was wollt ihr zuerst sehen? Die Hexenküche? Oder den ersten Dorn, den ich verdient habe? Oder meine erste Frau, die hängt in meinem Büro, über dem Kamin, haha, in einem Bilderrahm natürlich, oder was habt ihr gedacht? Ne, also, ihr merkt es richtig, wie er da komplett on fire ist, also jetzt nicht, ne, wie Justus Jonas in der Einführung, ne, aber er hat, er geht richtig auf, ich finde, das ist das Schöne an Barney, der ist mit so viel Leidenschaft und Liebe dabei, deswegen kann der für mich auch niemals der Täter sein, weil der sein Unternehmen und die ganze Hähnchen-Geschichte so liebt, also im Leben nicht, ist der für mich da irgendwie, äh, ein Thema in Sachen, in Sachen Verbrecher. Ja. dann lernen sie da in der Küche Pandora Mischkling kennen und da allein schon in der Küche die ganzen Hintergrundgeräusche, ne? Du hörst ja alles Brutzeln und alles, alles, wie gesagt, da kriegst du richtig Bock auf Hähnchen. Ähm, und da gibt es auch einen Spruch von Barney, den ich nie verstanden habe, weil Barney sagt, wegen Pandora nämlich, wenn er sich in diesem Job bewährt, bringe ich ihm die übrigen 24 Buchstaben des Alphabets auch noch bei. Und ich dachte mir, hä, warum kann der denn nur zwei? So, er wird ja vorgestellt, als Zuständiger für Forschung und Entwicklung. Und die Abkürzung für Forschung und Entwicklung kommt ihm im Buch vor, F und E. Und deswegen die 24 Buchstaben. Also das habe ich bis zum Buch nicht verstanden. Ist auch schwierig. Dankeschön. Also ich muss jetzt gerade sagen. Wolltest du jetzt sagen, du hast das verstanden, Fräulein? Ähm, also, jein. Ich habe es mir ein bisschen gedacht, weil Forschung und Entwicklung sind ja nun mal F, E. Und, wo ich, wo ich aber ganz ehrlich sagen muss, da, da hat mein Gehirn so ein bisschen einen kurzen Brainstop gemacht. Ich war erst mal so, war es 24 Buchstaben? Hat das Alphabet wirklich nur 24 Buchstaben? Vermiss ich da nicht irgendwas? Ja, deswegen. Joas, du wolltest auch was sagen? Ja, ich hatte da immer das Gefühl oder hatte immer so den Gedanken, ähm, ich sage mal, dass das so, oder immer so die Sorge, dass es so ein bisschen, klein bisschen so Rassismus ist, so nach dem Motto, er kann nur zwei Buchstaben, er kann nur misch gehen. Genau. Und so nach dem Motto, ja, also wenn er sich bewährt, dann lerne ich ihn mal, wie man richtig liest und schreibt und so. Und dann habe ich mir dann immer gedacht, okay, Buch, Geschichte, Amerika, könnte um die Zeit herum, ich meine, könnte mittlerweile in Amerika immer noch passen, das ist ja eh immer Thema bei denen. Ähm, aber da habe ich mir dann auch immer so gedacht, aber ist das wirklich so gemeint? Das wäre doch so ein bisschen zu, ähm, zu krass. Das war immer so mein erster Gedanke, den ich hatte. Ich habe diesen Spruch auch nie wirklich verstanden, bis jetzt, also bis ich jetzt gerade aufgeklärt worden bin. Aber ich hatte immer so diese, diesen Gedanken, hm, ist das jetzt irgendwie versteckter Rassismus gegen den, oder, äh? Ja, Alter, das ist ja eher so eine Geschichte, von wegen da nicht richtig, ja, halt nicht, äh, äh, die, die europäische Schriftweise sagen, aber hier, das ist eine, unser Alphabet nicht schreiben kann, sondern nur, weil Pandro ja auch eben, hörte sich für mich irgendwie so asiatisch an, im Endeffekt. Asiatisch? Ich habe immer mexikanisch, ich habe immer an Mexiko gedacht. Ja, wegen Mischkin wahrscheinlich, weiß ich nicht. Ja, das ist jetzt, ich meine, im Grunde ist das natürlich auch so ein bisschen, man, man denkt dann auch sehr klischeehaft, ne, also man hört einen Namen und stopft den direkt in die Schriftlage, aber gerade deshalb, gerade, ja, aber gerade deshalb habe ich so auch, ähm, habe ich auch so diesen Gedanken gehabt, ne, so, dieses, dieser Rassismusgedanke in, in Amerika oder so, ja gerade gegen Mexikaner, die illegalen Einwanderer, etc., und daher habe ich irgendwie gedacht, das spielt da so eine Rolle verdeckt irgendwie. Haben wir wieder gelernt. Ähm, kurz zur Pandemie Mischkin, gesprochen von Michael Haag, der leider 2019 verstorben ist. Wir hatten ja am Anfang die News, dass ja, äh, Skinny Nois, äh, Fastfoodkette, wir hatten ja bei Schwarzer Donner gesagt, dass die Clowns, äh, in der Küche Schnittchen geschmiert haben für Skinny's Fastfoodunternehmen, dass er ja eben der Folge im Zeichen der Schlangen quasi hatte und dieser Michael Haag, der hat in späteren Folgen nach Andreas von der Wedden Skinny Nois gesprochen. Heißt, Pandro Mischkin ist auch Skinny Nois. Krass. Hätte ich ja mal so gar nicht wiedererkannt. Nee. Also er hat im, äh, Zeitgeist der Schwarze Tag Skinny Nois gesprochen, unter anderem. Und was auch ganz witzig, ganz amüsant ist, sagen wir mal, außer er ist ja auch der Erzähler bei der Funkflüchse gewesen. Und er war im kleinen Vampir, weiß ich, mehr kennst du wahrscheinlich nicht, ähm, der Lumpi. Und der Lumpi, der wurde in der TV-Serie von Andreas von der Meden gesprochen. Das heißt, im Hörspiel hat, äh, Michael Haag, soweit ich weiß, den Lumpi gesprochen und in der TV-Serie Andreas von der Meden. Auch da eine Skinnois-Überschneidung. Ganz amüsant. Aber wie gesagt, krass, der Pandro Mischkin dahinter der Skinny ist, äh, krass. Aber gehen wir mal weiter im Text, will Lotte jetzt sagen. Auf Anweisung von Barney, sie wird ja Pandro ihnen dann die Weltneuheit Drippin' schicken. Zivilisten, Sir, ne, das ist, das wartet ja noch. Und dann sagt ja Barney erstmal, was er überhaupt noch isst, Drippin' Chicken, ne. Ein weißes Chicken braucht ein Wurstfilet in einer Talkehle, die goldbraun und knusprig gebacken wird. Und was fehlt noch? Nichts mehr. Und wo bleibt die Soße? Ne, total geil. Und sie bekommen halt Drippin' Chicken serviert und, äh, als dann Justus und Peter allein gelassen werden, zwingt Peter Justus sich die Drippin' Chicken in seine Hosentasche zu stecken, der man sich ja immer finden würde. Was sehr amüsant ist, Peter hat eine helle Hose an, aber auch die ganze Szene an sich, ne. Justus schon so im Sauermodus, boah geil, ne. Und Peter, spinnst du? Da könnte Gift drin sein. Und da hörst du Justus immer noch so, hä? Ne, also richtig so, ne, Essen, Essen da, Gehirn aus, ne, also. Der hat da was ein bisschen von Klösschen. Also, deswegen hab ich ja gesagt, der verhält sich manchmal ein bisschen dumm, der Justus, ne. Also jetzt auch in der Szene, wo ich dir dann sag, äh, Alter, mal kurz den Speicher bloß zurückschrauben und, äh, mal kurz nachdenken. Und da ist halt Peter derjenige, äh, der ein bisschen cleverer ist. Generell muss ich hinterher sagen, dass Peter eine sehr aktive Rolle in der Folge hat. Übrigens, Bob ist wieder nicht da, ne, Nutzerinformationen. Ja, okay, den wundert's. Naja, also, Bob ist einfach nie da. Wahrscheinlich wieder irgendein Date oder eben bei Sexhändler. Wie gesagt, ist katastrophal. Aber ich finde, diese ganze Szene an sich, du hast halt einen Barney, der komplett aufgeht, du hast, ähm, einen Pandro Mischkin, der doch so ein bisschen reserviert ist, äh, Justus und Peter gegenüber. Und du hast eben halt Peter, der mal so ein bisschen die, die clevere Geschichte wie häufiger in der Folge hat und Justus so ein bisschen, äh, Hirn-Aus-Party hat. Und was in der Szene ja auch noch ganz witzig ist, ist die tolle, äh, Vereinigungsformel, die geheimes Formel. Und jetzt die Formel, ich werde niemandem von Ripp und Schicken erzählen. Und dann, wir werden niemandem von Ripp und Schicken erzählen. Und ich hab mir so gedacht, ja geil. Weißt du, der präsentiert den seine super Weltneuheit und, äh, lässt sie das mit einem Satz einfach absegnen, dass sie das Ganze niemandem erzählen. Also, klar, ist natürlich klar, dass das so ein, so ein Ding ist, was man so eingeschoben hat, aber es ist einfach so witzig, ne, und die jetzt noch die, nennt er das nicht sogar Verschwiegenheitsformel oder so, oder irgendwie so. Vereinigungsformel, glaube ich, oder? Vereinigungsformel. Es ist halt einfach so witzig, ne, es ist einfach so, wir werden niemandem vom Ripp und Schicken erzählen. Ja, ist aber so richtig Teenager-mäßig. Vor allem, ich stelle mir vor, wir müssen sie jetzt noch hier unterschreiben und da unterschreiben und da unterschreiben, aber Verschwiegenheitspflicht, weil sie kannst du auch nicht bringen, mit Hörspäße auch Blödsinn. Aber es ist halt Barney. Nein, aber genau, das ist ja so der Punkt, also, wenn man sich das so vorstellt, so aus heutiger Sicht, ne, gerade hier in unserem bürokratischen Deutschland, da musst du 500 Millionen Dokumente unterschreiben und das, das Datenschutzsachen oder sonst was und da einfach einsonstert, aber das macht das auch so charmant in der Szene. Das macht Barney ja auch so charmant, also, für ihn ist dieses Wort, er vertraut den einfach, er führt die ja überall hin. Das ist ja auch, wie du sagst, Pandro Mischkin ist ja so Zivilisten, Sir, so nach dem Motto, hör mal, wir machen hier geheime Forschung zu Geschmack und etc. und sie bringen halt einfach irgendwelche Leute hier rein. Das ist ja auch, kommt man ja auch am Ende dazu, er ist ja auch so sehr militärhaft. Von mir aus erfahrt ihr gar nichts außer Name, Dienstgrad und Einheit. Ich meine, er war auch vorher beim Militär gewesen, glaube ich zumindest, aber sicher bin ich hier nicht mehr. Naja, aber er ist auch schon recht, er ist wirklich so, aber ich habe auch mein Gefühl, wenn er diese Vereigungsformel ankündigt und auch spricht. Ich habe einfach diesen grinsenden Barney, der sich denkt, boah, jetzt präsentiere ich euch gleich den Knaller überhaupt, präsentiere ich euch gleich. Also, der lebt das einfach richtig. Total geil. Ja. Ja, deine Meinung zu, die ganze Szene. Gerade zu Peter, jetzt kannst du mal über Peter, kannst du mal richtig hier schön einen raussauen, ey. Jein, also kann ich dann wahrscheinlich eher doch nicht, weil diese ganze Szene, die war zwar ganz nett, aber hat bei mir nicht wirklich so einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Deswegen, ähm, bei mir wahrscheinlich wegen dieser ganzen, ich finde ja mal dieses Soundeffekt im Hintergrund immer so geil, diese ganze Brutzelgeschichte, in der Szene mega. Also, ich stehe quasi mit in der Küche. Ja, okay, aber da, da habe ich mir halt aber auch irgendwie, ich weiß nicht wieso, aber ich habe mir keine Küche, sondern eher so eine scheiß große Fabrikhalle vorgestellt. Da bist du wahrscheinlich näher dran als ich, weil denn im Buch ist, meine ich so, dass die, ich glaube, nach unten fahren, in so ein, ins Forschungslabor, wie es halt auch so ist, ne, so relativ kühl gehalten, mit, mit Glaswänden und so. Also, da bist du vom Kopf wahrscheinlich näher dran als ich. Ja, siehst du, habt so viele Dokus gesehen. Weil bei mir ist das einfach irgendwie so, 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 weiß ich hier, so Ruhrpott-Imbissbuden-Charakter irgendwie, so, so hinten schön ein paar, äh, paar Fettbecken stehen und dann. So Meckes-mäßig? Ne, eher so, so Pommesbuden-mäßig. Kommt aufs selbe hinaus. Nein. Also, die Pommesbuden im Pott sind schön. Nein. 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 Willst du jetzt nicht sagen, dass du gute Pommesbuden mit Meckes vergleichst? Alter, so einer guten Pommesbude, wo so eine richtig schöne Muddi hinter der Theke steht, die noch die Frikadelle selber mit der Hand formt und mit Meckes einfach so eine Fastfood-Kette. Ne, du musst mal im Pott kommen und mal mit uns in der Pommesbude gehen, ne. Okay. Nach dem Grillabend nochmal gehörte Pommesbude noch, anschließend. Schön Currywurst, Pommes-Schranke, auf geht's, ey. Aber gut, dann kommen wir jetzt zu deiner Szene. Ich meine, du hast ja die Mr. Sweetness-Szene, da hättest du auch so viel nehmen können, Ich kann mal kurz erzählen, was ja Mr. Sweetness überhaupt vorher noch als er auch im Buch macht. Im Hörspiel ist er erstmal so mit der Bremsleitung, die ja durchgeschnitten wird, wo ja Peter dann, du hast eigentlich so viel Peter-Szenen in den ganzen Dingen, Du hast ja diese Bremsleitungsgeschichte, du hast jetzt diese Geschichte mit dem Drip-and-Chicken-Justus-Hosentasche, wo er Justus quasi vor dem verzehrte Whip-and-Chicken bewahrt. Dann hast du gleich deine Szene noch. Im Buch ist es auch so, dass sie halt durch Zettel in Glückskeksen gewarnt werden. Im Hörspiel essen sie ja vom Chinesen irgendwas. Und da haben sie laut Buch Glückskekse, und da steht auch noch eine Warnung drin, von wegen, dieses Essen hätte vergiftet sein können. Oh Leute, das ist doch echt voll geil. Ja. Zumal Justus da auch sicher auch outet, dass er ab und zu auch mal dem Restauranttypen da mal 5 Dollar zusteckt, um mir eben halt auch für ihn Texte einzubauen, wo dann Bob und Peter so Zettel drin haben, von wegen, ja, sie sollen sich mal auf ihr, irgendwie von wegen ihr geistiges Vorbild irgendwie rantasten. Also wo Justus halt gut dargestellt wird, sagen wir mal so, und die beiden so als, streckt mal eure Birne an, ihr Idioten. Oh Gott. In die Richtung. Was ich ganz witzig finde. Das ist auch witzig. Ist es auch. Dann bekommen sie doch ein Paket mit einem toten Hahn ohne Kopf. Ja, nice. Ja, dann, wo ich gerade erzählt hatte, wo sie ja in San Francisco sind, Peter und Justus, weil Bob ja wie er man auch nicht kann, werden sie mit dem Auto fast von der Böschung gedrängt, von Mr. Sweetness, also fast dem Airboden gleich gemacht. Kurios ist ja generell Mr. Sweetness, ist die größte Bedrohung in dem ganzen Hörspiel, in dem ganzen Fall, und sagt kein einziges Wort. Ja. Total geil. Vielleicht ist das stumm? Keine Ahnung. Nein. Aber das ist ja geil, diese stumme Bedrohung finde ich total geil. Der taucht halt immer wieder irgendwo auf, und du weißt nur, er hat halt eine Tarn-Uniform, Tarnjacke an, meine ich. Und mehr weißt du über ihn nicht im Endeffekt, glaube ich. also ich finde ihn, dann ist einfach diese stumme Bedrohung total geil. Wie ein Hai. Kommst du jetzt auf einen Hai? Weiß ich nicht. Finde ich gut. Ich mag Haie. Ne, jetzt darfst du zu seiner Szene kommen. Mr. Sweetness, auf geht's. Letzte Runde Mr. Sweetness. Ja, also es ist dann ja so, dass die drei Fragezeichen sich erstmal so ein bisschen Gedanken gemacht haben, auch noch, wo denn jetzt zum Beispiel dieser Planer von Julia? Was, Julia? 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 Doch, sein könnte und im Endeffekt ist es da wieder so, dass sie einen Anruf von Kelly erhalten, weil sie war mit Julia Essen und dann ist denen im Endeffekt eingefallen, dass der ja, dieser Planer wahrscheinlich im Körperraum ihres alten Autos sein könnte. In der Akentasche, ja. Ja, genau. Das sind doch diese Dinger, ne? Ja, okay. Gut. Ihr hört doch diese Dinger, ne? Ich wollte dich schon mit Julia ansprechen. Nell hat gezeigt. Diese viereckigen Dina-Vier-Taschen-Dinger halb. In der Akentasche in der Akentasche und abwachsen halt die Sachen rein. Ja. 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 Terminplaner halt. Ja, Terminplaner wie Mr. Peacock, oder wie? Ja, genau. Okay. Ähm, äh, dann fahren sie zum Schrottplatz und da ist ja auch dieser eine Typ, da habe ich aber mal eine Frage, wie hieß der nochmal? Dick? Dick Miller. Die sagen ja auch, die kennen ihn irgendwo, aber wir haben ihn vorher noch nie irgendwie in einem Hörspiel oder so gehabt, ne? Doch. Doch? Ja, ist der Wong aus der grüne Geist. Daher kennen sie ihn. Du willst, freut du. Er ist nämlich 100 Millionen Jahre alt. Ach, Gott. Nein, die Person, die Charakter kennen wir vorher nicht. Gut. Hätte mich jetzt auch schwer gewundert, wenn mir das irgendwie entfallen wäre. Aber, ähm, jedenfalls, die, äh, kommen dann gerade noch rechtzeitig, sage ich mal so, weil der Dick eben das Auto jetzt in die Presse klumpsen lassen will. Und dann signalisieren sie ihm aber, dass, äh, sie den halt noch untersuchen wollen. Er sagt ihnen zwar auch, dass das Auto zu kaputt ist fürs Ausschlachten, aber, ähm, äh, lässt ihn noch runter. Aber da habe ich eine Frage, weil das habe ich mir wirklich nicht irgendwie auch nur vorstellen können. Weil es ist ja im Endeffekt so, dass er ja in diesem Führerhaus sitzt und das ganze Ding steuert. Ja. Und die drei Fragezeichen gucken dann irgendwie einmal weg und im nächsten Moment sitzt da jemand anderes. Das musste ihm doch auffallen oder etwa nicht? Ja, der hat ihn mal eben niedergeschlagen, ne? Also ruckzuck. Geht ja schnell. Ja, eben. Meinser fällt auf. Wenn die auf den Wagen gucken und sie gucken, der Wagen wird ja quasi rüber transportiert. Ich stelle ihn da vorne ab auf den freien Platz. Dann gehen die wahrscheinlich zu dem freien Platz, den mit dem Rücken zum Kran, würde ich mal sagen. Und in dem Moment ist dann eben halt niedergeschlagen. Ist das Sweetness. Vor allem, weil ich auch so Panne fand im Buch, was ja im Hörspiel nicht so ist, dass der Mr. Sweetness quasi mit dem Wagen K.O. schlagen möchte. Also quasi hinter ihm er fährt. So hinterher schwingt. Ne, also ich hab bekloppt. Aber, um jetzt mal darauf zu kommen, was Nell sagte, damit das nicht so auffällt. Die sagen irgendwann, Dick liegt da hinten irgendwo. Das denke ich mir immer. Also die sagen, der liegt da irgendwo. Also der wird ja niedergeschlagen, anscheinend aus dem Kran geworfen und liegt dann da irgendwie auf dem Boden. Also das ist so ein Punkt, der ist dann halt ziemlich witzig. Ey, im Kran sitzt Mr. Sweetness. Und dann, ja, dann mach weiter ruhig jetzt eben, bevor ich dir die Szene und dann fährt er mit dem Kran weg. 3,5 kmh. Haltet ihn! Haltet ihn! Jetzt schnapp ich mir! Kann ich jetzt, oder? Du darfst. Ich bin fertig. Mal sehen, ob ich das überhaupt hinbekomme. Also, es ist dann ja so, dass ihr... Ich hab grad die Szene im Kopf wie dieser Kran, so ein hoher, so ein kleiner, so ein hoher Kran wegfährt und dann rennt die hinterher. Du machst das nicht besser. Ich versuch hier zu erzählen. Ich versuch hier zu arbeiten. Okay. Also. Sie werden dann im Endeffekt fast mit diesem Auto platt gemacht. Und Mr. Sweetness flüchtet dann aber auch im Endeffekt wieder. Und dann geht es ja darum, dass... Du hast nicht vergessen, dass du eine Bombe... Genau. Genau. Er wirft ja eine Bombe, wo... das allein an sich schon etwas sehr fragwürdig ist. Ja, darf ich... Ich hake mal kurz ein. Es ist nämlich das, was ich auch meinte, mit diesem Eingedeutschen. Er wirft eine Bombe. Als Kind weißt du, oh Bombe, oh tut weh. Es ist halt im Buch ein Molotow-Cocktail, was halt für jemanden vom... Ein... Einfach mal eben zu schmeißen. Aber er wirft eine Bombe. Und ich denke mir, Alter Schwede, ey. Der jagt die ganze Schraub aus in die Luft, der Kollege. Also. Also vielleicht eine Handgranate hätte es ja auch getan, meine ich ja. Auch schon heftig. Trotzdem eine Bombe ist heftig. Der Molotow-Cocktail ist da, glaube ich, nur mal harmloser als eine Handgranate. Jedenfalls, die Bombe explodiert und das Auto steht in Flammen. Natürlich, bis auf den Kofferraum, wo Justus Peter dann dazu anstiftet, im Endeffekt, dass er doch schnell sich beeilen soll und das rauszuholen, weil das Auto ja jeden Moment explodieren könnte. Tut es nicht. Wieso? Weil Justus Bob dann aufklärt, dass die Autos beziehungsweise sehr beschädigte Autos ja, bevor sie dann irgendwie in die Presse gelangen, das wäre ja auch schön, wenn die irgendwie in der Presse explodieren würden, die leergetankt werden. Und deswegen macht Peter sich da ein bisschen zum Affen, was ich trotzdem abfahre, weil es halt so ein kleiner Spaß unter Kumpels ist. aber auch typisch für Justus ist, weil er sich dann beeilt, im Endeffekt die Aktentasche rausholt und sich dann zum Schluss ganz wild fragt, ja, wieso geht denn das Ding jetzt nicht hoch? Jetzt kann es eigentlich hochgehen. Ja. Er wird aber auch nicht aufgeklärt, deswegen. Nee, richtig. Was ich auch ganz, ganz am besten muss ich sagen. Ja, das ist ja dann auch so witzig, er sagt ja dann noch zu, zu Bob und Justus, wieso lacht ihr denn so? Ach, nix, nix. Sonst ist so dieses, lass ihn halt völlig im Unklaren, ne? Ja, wo Bob fragt, warum hast du ihm dann nicht gesagt, wir wollen doch, dass er sich beeilt. Ne, also richtig schön. Typisch Justus halb. Ja, aber auch, wie er das sagt, ne? Also richtig, mit diesem, ich hab dem einen kleinen Streich gespielt. Ne, dahinter. Ja, also wirklich eine schöne Szene. Ich hab gesagt, die Bombe wird wahrscheinlich einfach eingedeutscht sein, für uns blöden deutschen Kinder. Wie gesagt, ne? Also, ja, er schmeißt eine Bombe. Aber es ist eine schöne Szene, ein schöner Abschluss für Mr. Sweetness, muss ich sagen. Und du merkst halt auch, wenn man jetzt mal die ganzen Attentate, mal, ähm, nimmt, die werden halt immer heftiger, ne? Also wirklich dann von dem Glücksgeksgeschichte, die Bremsleitung, die, also, es wird halt immer, immer heftiger, die runterspeisen wird von der Böschung, dann die Bombe, die geschmissen wird. Also, ich wird irgendwo immer heftiger. Und, äh. Obwohl man ja sagen muss, die Bremsleitung-Geschichte, die ist ja auch schon, ja, schon krass eigentlich, ne? Weil, wenn ich dann so, wie die sagen, ich kann nicht bremsen, also, ich stelle mir immer vor, dass die mehr oder weniger, so, so, so eine Böschung, so einen Berg runterfahren, weißt du? Ja. So eine Hügel, so runter und dann auf die Kreuzung und du musst mit der Kupplung bremsen und, äh, ah, wir müssen, wir müssen, äh, in die Mauer fahren oder so. das finde ich, klar, am Ende mit dem Wagen, der den, den fast auf den Kopf schmeißt, den Wagen und, ähm, dann die, die Bombe, äh, da wirft, aber die wirft er ja nicht mehr oder weniger direkt auf die drei, sondern er will ja nur das Auto damit, oder die Aktentasche damit vernichten, ne? Er will sie ja, laut Buch vorher auch mit dem, auch mit dem Auto erschlagen. Ja, also, das ist auch total. Jetzt will er ja im Hörspiel kommen, das ist ja auch, da sagen die ja auch so, äh, ey, wo steuert ihr das Auto denn hin? Er schwingt ja eben die Karre hinterher, weißt du, so, die treffe ich jetzt. Ja, ja. Und in dem Buch, das ist ja quasi über den ab, im Endeffekt, Äh, im Hörspiel, das ist ja quasi über den Auto ab. Ne, aber auch diese, diese, diese Bremsgeschichte, Bremsgeschichte, da ist dann so, dass, ähm, Peter und Justus sind ja, glaube ich, im Hörspiel zusammen unterwegs und im Buch ist es Peter, Peter alleine und er, Peter alleine? Mhm. Ja, wieso ja dicke Justus so schnell ins Auto kommt. Ne, und dann ist dann Peter hinterher und dann hörst du ja auch diese, diese, diese Fahrgeräusche, ne, wie Peter, da hat die mit quietschenden Reifen, die sind ja hinterher, meine ich, in einer anderen Folge auch, ähm, die Soundeffekte zu dem Videospiel, wo diese halt, wo halt Justus hinterher dann den Highscore manipuliert von dem Autorennen und es ist so, dass Peter auf dem Feld dann quasi zum Stehen kommt und dann am Ende vor einem, äh, ich glaube, vor einem Stein oder vor einem Betonklotz irgendwie, äh, knallt und dann eben halt der Gurt kaputt geht, Peter aber relativ, die sie überlebt, ja auch im Hörspiel, ja auch, ne, er steigt ja quasi aus, ne, sie haben überlebt, steigt ja aus, ich gucke mal eben kurz die Bremsen an, okay, fast gestorben, aber Moment, ich gucke mal, kein Wunder, die Bremsen funktionieren ja nicht und im Buch ist halt so, dass er eine fette Datei von Justus den Wagen quasi abschleppt, wieder auch mal kurz genannt und, äh, ja, aber wie gesagt, ähm, Mr. Sweetness ist schon sehr, sehr, sehr rabiat unterwegs, halt Crimebuster-Ära, ne? Ja, aber was mich dann so ein bisschen so verärgert hat quasi, er wird ja, ich kann auch sein, dass ich das einfach überhört habe, er wird ja im Endeffekt danach nicht mehr erwähnt, oder? Es kommt ja nicht irgendwie vielleicht noch so, ja, Mr. Sweetness übrigens, ja, der wurde auch gefasst und gewahrsam genommen von der Polizei oder so. Ja, die werden sie auch holen, das ist ja dann eine hohe Schlussfolgerung. Aber hast du recht, hast du recht, damit du in Ruhe einschlafen kannst, meinst du, es muss ja auch in Handchen gelegt werden. Genau, sonst taucht er bestimmt noch in Folge 225 auf, um Rache zu nehmen. Warum denn nicht? Oh Gott. Mr. Sweetness, der ist ja schon sehr rabiat, der ist schon, so als, als, als Gehilfe, finde ich schon ziemlich gut. Und den kannst du einbringen, weil der hatte ja auch nie eine Stimme. Ja, wie genau, also hier Autoren, die das hört, macht mal euer Ding. Der Return of Mr. Sweetness. Süße Rache nennen wir das dann in dem Fall. Das ist wirklich gar nicht mal so blöd. Bam! Und sie startet irgendwie mit, 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 mit Hähnchen, muss sie starten, die Folge. Apropos Hähnchen, kommen wir zum Ende. Ist es schon so weit. Ähm, dank den Unterlagen von Julia kommen sie ja dann darauf, dass in Drip and Chicken der krebserregnische Zusatzstoff Multisorbitane verarbeitet wird. Pandro Mischke ist Mittäter, der über die Herstellung wacht. Drahtzieher ist derjenige, der ruiniert wäre, wenn der Bericht an die Öffentlichkeit kommt, sprich, der große Meister Don De La Sandro, der Flavor King. Bevor sie die Polizei rufen, müssen sie beweisen, dass er Multisorbitane auch benutzt. Ist klar, ne? Sie müssen ja erstmal alles beweisen, bevor die Polizei eingeschaltet wird. Eben. Und sie müssen sich beeilen, denn am selben Abend möchte ja Barney der Presse seine Drip and Chicken präsentieren. Sie brechen also easy peasy bei Don De La Sandro in der Firma ein, Miracle Taste, durchsuchen erst die Unterlagen und stoßen dann im Lager auf Fässer mit der Aufschrift FB 433. Hinter dem sich vermutlich der Stoff Multisorbitane verbirgt, denn wie Justus ja festgestellt hat, ist in den Unterlagen von Don De La Sandro in den letzten zwei Jahren kein FB 433 bezogen worden. Und dann kommt natürlich Don De La Sandro, lauert ihn auf und bedroht sich mit einem Revolver. Kurze Info, was im Buch ist, im Buch ist nämlich so, dass sie sich bei dem Förd, weil sie brechen ja quasi einfach, sie sind ja einfach quasi, wenn du das Hörspiel hörst, plötzlich sind sie ja einfach in dem Bürokomplex von Miracle Taste, wo ihr denkt, wie kommen die denn da rein? So ein großes Unternehmen und die sind einfach mal so da eben reinmarschiert, ein bisschen merkwürdig. Im Buch ist es so, dass sie sich als, ich glaube, Kurier oder so auch sowas abholen für Don De La Sandro und zu dritt, weil der eine kennt sich aus, Bob ist ja diesmal dabei, kurierweise, er hat kurz Zeit gehabt, mal eben für das Ende und gehen dann erst halt in diese Büroräume, sie untersuchen die Unterlagen, gehen dann zurück zum Fördner und sagen, haben wir nicht gefunden, wo ist denn hier das Lager? Wir sollen das im Lager abholen. Ja, da und dahin und der Fördner hat eben halt die Anweisung bekommen von Don De La Sandro, dass er ihn informieren soll, wenn da drei Typen, drei Jugendliche kommen, die sich ein bisschen merkwürdig benehmen. Das heißt, er wurde halt von dem Fördner informiert, von dem Bachmann. Deswegen taucht er dann halt auf. So, und dann kommt ja für mich eigentlich ein brutal geiles Ende, weil ich finde ja diese Don De La Sandro Szene, der ist halt, ja heute würde man sagen, boah, total bescheuert, der gibt dir da irgendwelche Bocken zu fressen und will die dann erschießen. Nell nickt gerade, konnt ihr nicht sehen. Aber ich finde, das macht einfach seinen Charakter so aus. Er ist dieses typische, dieses typische Genie, was sich selbst überschätzt und andere unterschätzt und sein Produkt so in den Himmel lobt. Eigentlich ist er in dem Sinne nicht viel anders als Barney. Nur, dass er halt über Leichen geht. Auch wahr, aber ich finde ihn einfach komplett bescheuert, was das angeht. Er ist eigentlich ähnlich wie Van der Hell, muss ich sagen. Weil Van der Hell kommt ja auch fiedelnderweise am Ende von Musik des Neufels in den Raum und sagt, gib mir die Geige. Also, er ist ja auch nicht anders. Er bietet ihnen aber nicht extra noch irgendwelche fucking Bonbons an, um sie probieren zu lassen oder raten zu lassen. Noch eine Frage. Erst ein Bonbon. Ich habe aber keine Frage gestellt. dass dieses, dieses Ding ist einfach, wie, jetzt hätte ich gerade gesagt, wie Justus schon sagt, wie Thomas schon sagt, er überschätzt, er ist völlig voller Selbstüberschätzung und will quasi, ich sage mal, aus der Not eine Tugend machen. so nach dem Motto, hör mal, ich habe jetzt hier mit Justus den Geschmacksexperten vor mir und bevor ich ihn aber jetzt abknalle, lasse ich erstmal noch meine neuesten Kreationen von ihm testen, ob es halt wirklich so ankommt, wie ich es, wie ich es, wie ich es haben möchte. Und da ist so diese, diese Selbstüberschätzung, weil für ihn ist klar, hör mal, scheiß drauf, die sind eh totgleich, also kann ich jetzt noch mal voll in die Vollen gehen und das ist so ein bisschen, er ist, ich gebe dir da recht, Thomas, er ist so wie Big Barney Crown, er ist völlig selbstverliebt in sein Produkt, in seine Geschmacken oder Geschmäcke, Geschmäcker, Geschmäcker, mit denen er arbeitet und Barney hat das Ganze halt mit seinen Hähnchen, Barney sagt ja auch, mit alles top und meine Hähnchen sind die Besten und die Geilsten und keine Ahnung was und dann der Alessandro hat es halt mit seinen Geschmacksverstärkern und ich glaube, er ist auch von Justus sehr, sagt er nicht, dass auch irgendwie, lobt er er nicht auch, wenn er aus der, wenn er sich überrascht oder so? Mehrfach. Ja, ne, also er ist völlig auch irgendwie hin und weg so von, von, von Justus oder von dem, dem Genie, was dahinter steckt, glaube ich. Ja, Nell ist eher so der Peter-Typ, der Peter sagt auch, Justus ist ein bisschen verrückt, die könnten vergiftet sein, die Bonbons, ne, aber, aber, ne, Don Alessandro sagte sofort, nein, will ich doch nicht machen, ich erschieße ihn gleich. Ja, aber, das ist doch, nein, er möchte halt die Bestätigung von Justus haben für sein geiles Produkt im Endeffekt. Ob er es rausschmeckt, als Versuchskaninchen. So ein Idiot. Total geil. Ne. Doch. Also ich finde die Szene auch total, also ich muss sagen, das ist eine Szene, die ist echt gut, die ist halt, die ist halt richtig gut. Und Justus auch dieses, Justus isst dann ja auch diese Bonbons nach, mh, mh, ja, oh, und dann nennt er diese ganzen einzelnen Stoffe, wo ich mir denke, hör mal, wenn ich, wenn ich ein Bonbon esse, dann bin ich froh, wenn ich von den fünf Stoffen, die da drin sein sollten, vielleicht eine erkenne. Du kennst ja nicht mal Wasp, wenn er zum zweiten Mal isst, also von daher. Ja, siehst du? Ja, wir hatten kurze Information, auch für Nell, die ist auch ein bisschen komisch, ich hatte mal zum Grillen, Jonas, hab ich Wasp-Beef gemacht, Jonas, Burgal hab ich noch nie gegessen. Zwei Wochen später kommt Justus, kommt Jonas zum Essen vorbei, hab ich wieder Wasp-Beef gemacht, Burgal hab ich noch nie gegessen, ich sag, holst du mich vor Arsch, hab ich vor zwei Wochen erst gemacht. Okay, das ist ... Nee, aber Dollar das Handrohr ist dieser typische, für mich dieser typische 19-Jahre-Bösewicht, der einfach einen an der Pfanne hat. Typischer James-Bond-Bösewicht, wenn du mich fragst. Zum Beispiel, ja. Wir haben auch alle andere Anlage. Zum Beispiel, aber dieses, die völlig, völlig Panne sind, selbstüberschätzt, selbstverherrlichend, find ich toll, auch die ganzen Charakter, find ich toll. Du siehst aber auch, dass er halt nicht dieser richtige Bösewicht ist, weil er lässt sich ja ganz einfach überrumpeln. Sie wollen es erschießen? Mit einem Revolver, der nicht entsichert ist? Wie? Und wird dann halt mal eben schnell überrumpelt, wobei es im Buch auch ein bisschen krasser ist. Es bricht die Schlägerei aus, Peter landet mit einem Karate-Flugtritt, Bob und Peter werfen dann am Ende ein Fast mit Multisorbital-Hauptung der Alessandro. Nee, also ... Der Arme Kerl. Deswegen ist es auch ein bisschen erklärt auch ein bisschen seine Reaktion am Ende. Wieso bin ich gefesselt wie Polizei? Was ist denn hier passiert? Er ist ja quasi völlig weggetreten, kann sich anscheinend auch an nichts mehr erinnern, so wie Julia am Anfang. Und ... Er ist ja völlig weggetreten. Aber ich finde diese ganze Szene im Hörspiel dann doch angenehmer als im Buch. Ich glaube im Hörspiel heißt dann, glaube ich, plötzlich ... Gut gemacht, Bob, meine ich. Irgendwie sind die Richtung war diese ganze Schlägerei in dem Buch dann, die da auftritt und Peter hier ... Karate-mäßig, ne? Weiß ich nicht, wie im Bruce Lee-Film. Da kickt er ihn dann quasi um. Fand ich ein bisschen, fand ich ein bisschen drüber. Ist okay. Ist halt Quimbuster-Ära. Hat man schon öfter mal das Thema, ne? Ich meine, es wird auch im Buch erwähnt, dass auch Peter sich öfter mal Gedanken macht, wie er Mr. Sweetest mit Karate zu Boden tritt, wenn er auf ihn treffen würde. Ah ja. Ja, Peter ist der Karate. Peter in seiner Tarzan-Ära. Okay. Naja, das ist ... Er hat keine Wasser-Ära. Ein bisschen ... Ich sag mal, ich bin froh, dass es im Hörspiel so gekürzt worden ist. Auch mit Bob. Aber eure Meinung zum Ende. Ist alles gesagt? Wollt ihr noch was sagen? Ne, du grinst. Ich finde es gut, das Ende. Ne, grinst so böse. Ich sag mal, bis auf den Punkt, den du ja auch schon angesprochen hast, wie es im Buch rüberkommt, wie sie bei Miracle Taste reinkommen, das habe ich mir auch immer so gedacht. Ein millionenschweres Unternehmen sehr wahrscheinlich mit geheimen Geschmacksverstärkern wird da gemacht, was ja jetzt schon so ist. Ich sag mal, nimm mal nur ein Beispiel Coca-Cola, die da die geheime Superzutat irgendwo in einem Safe haben, damit bloß keiner weiß, was da drin ist und wie die sich zusammensetzt. Und die drei marschieren da halt einfach rein. Ach, wir suchen mal ein bisschen nach Multisorbitane. Wie bitte Multisorbitane? In irgendeiner Szene erwähnt es ja Justus nochmal 500 Mal, wie es ausgesprochen wird. Aber ansonsten finde ich das Ende lustig. Das ist ein ganz lustiges Ende einfach. Auch mit dem, ja, dieses, noch eine Frage, erst ein Bonbon. Aber eigentlich auch krass, wie dieses lustige Ende im Gegensatz zu dem, wie Mr. Sweetness mit ihm veranstaltet. Du hast dieses Brutale und dann hast du ja dieses relativ amüsante Ende. Das ist aber auch genau der Punkt, der mich dann am Ende stört, weil... Ich sag, schön, stört mich. Genau, weil ich finde, dieses Ende passt jetzt nicht unbedingt zu der ganzen vorherigen Atmosphäre, die ja so bedrohlich teilweise war und dann eben auch so aufgebaut wurde. Also das ist im Endeffekt quasi guckst du dir einen Horrorfilm an, der dann ein Ende von Scary Movie hat. Jo, was will ich denn gucken und feiern? Klar, aber ich wollte gerade sagen, was ist daran so falsch? Nein, aber einfach, ach, mir schmeckt es nicht. Ja, passt aus der Folge, dir schmeckt es nicht. Ich wollte gerade sagen, passt ja. Ist mir auch gerade aufgefallen. Ist ja irgendwie eine Folge wie nach der Tiger, ne? Wo ja auch der Bösewicht ganz simpel abgelenkt wird mit Bobs Schauspiel Bauchrednerkünsten. Bauchrednerkünsten, dann kommt da Regenschirm und... Ganz simples Ende, ganz simpel überführt. Stört mich aber kurioserweise überhaupt nicht, muss ich sagen. Also, ja, ist ja okay, deswegen sitzt du ja hier. Wenn wir jetzt alle sagen würden, ja, alle gleiche Meinung, wäre es ja irgendwo langweilig. Also, ich finde es toll, allein weil ich Donner Lassandro mag und das ist einfach genial. Ich glaube, es ist auch immer so ein bisschen der Punkt, das ist mir jetzt gerade mal so durch den Kopf gegangen, wo Nell meinte, hier Peter in seiner Tarzan-Ära, das war ja schon die Anspielung, wenn ich es richtig verstanden habe, auf TKKG, weil da ja Peter Carsten genannt, Tim oder Tarzan, wie er früher dann hieß, er ist ja auch immer derjenige, in den gerade in den jüngeren Folgen, er verprügelt einfach alle, kann Karate, Judo und macht einfach alle kaputt und es ist vielleicht auch immer so ein bisschen, ich sehe es so, ja, es ist natürlich schwer zu vergleichen zur damaligen Zeit, weil TKKG ist ein rein deutsches Produkt, ein rein deutsches Hörspielprodukt, aber auch so dieses, dass man sich vielleicht auch von dem Hörspiel so ein bisschen abgrenzen wollte davon, dass man nicht irgendwie eine Schläger-Truppe da hat, die jeden Übeltäter jetzt dann erstmal mit Karate-Tritten K.O. hauen müssen oder so, sondern die können einfach überrumpeln und das ist ja auch so, man darf ja nur nicht vergessen, es fängt ja dann auch so an so als Kinderhörspiel-Serie oder Jugendhörspiel-Serie und da willst du halt keine großen Schlägereien einbauen oder so, anders jetzt als bei TKKG, da wird jeder verdroschen und alle werden aufs Kreuz gelegt Tatsachen legt sich als als Zehnjähriger mit drei 50-Jährigen super durchtrainierten Bodyguard-Schlägern an und macht die alle K.O. Ich glaube, du willst einfach nicht so eine Schläger-Serie sollte das ja auch nicht werden und deshalb ist es ganz simpel und das glaube ich, im Buch wäre es dann so ein bisschen zu krass geworden. Ja, ich weiß nicht, die TKKG hört sich, ich habe es bis jetzt nie gehört, hört sich für mich ein bisschen sehr bekloppt an. Ich weiß auch nicht, wie man hier als Podcast sprechen kann, so eine TKKG-Folge. Also dazu muss man ganz ehrlich sagen, erstens Klappetors, zweitens, in den neueren Folgen hat sich das Ganze ein bisschen verbessert, also so Retro-Archiv. Ja, es waren halt früher so. Also die alten Folgen sind halt wirklich ein bisschen, aber nicht nur in den Aspekten, dass da dauernd verprügelt wird, sondern auch in anderen Aspekten. Ich glaube, Also es hat ja früher die Mobbing-Aspekte, Klößchen, weil er dick ist, wird der Klößchen genannt, der wird immer gemobbt von allen. Der Sexismus ist da, ich sage mal, im übertragenen Sinne Thema. Gabi ist ja nur das kleine Mädchen, die darf nirgendwo dabei sein, aber die Jungs regeln alles. Also es hat viele Aspekte, die aber auch, glaube ich, wenn man sich mal so, jetzt mal als kleiner Exkurs im Internet bewegt, was gerade in den alten Folgen sehr kritisiert wird, aus heutiger Sicht an TKKG-Folgen. Also das ist wirklich viele Vorurteile und Klischees auf sich wirft, wo du heute sagen würdest, leck mich am Arsch, das kannst du so gar nicht mehr bringen. Hatten wir zum Beispiel doch bei das Aztekenschwert ganz am Anfang die Schlägerei, da hatten wir auch Dinge, wo du sagst, das kannst du heute einfach nicht mehr bringen in einem Hörspiel. Ja. So, aber jetzt kommen wir zurück zum Ende. Zurück, zurück. Danke, Anke. Danke, Anke. Willst du vielleicht erst mal fertig kauen, bevor du dann irgendwie weiter machst? Sonst können wir hier gleich eine Essenszene aus dem Drei-Frage-Rechen. Ich muss auch gerade sagen, dass dieser Kinder-Schoko-Hase, übrigens keine bezahlte Werbung, Dark und Mild nicht so toll ist. Das hätte ich dir vorher sagen können. Ich bin enttäuscht. Ich hätte jetzt lieber ein paar Drip and Chicken wahrscheinlich. Auch mit Geschmacksverstärker von mir aus. Der zweite Part des Endes. Panu und Mischke wird ja quasi dann auch überführt oder halt festgenommen, sagen wir mal so, überführt, wo war ja vorher schon im Endeffekt. Er outet sich dann quasi, weil Justus verspricht sich ja dann und sagt dann, du hast ja schon alles gestanden, dass sie ihn bezahlt haben. Dieser miese Verräter, er hat mich bezahlt. Stimmt, ich habe mich versprochen. Justus dann ganz merkwürdig. Und sie waren halt Barney und der hat natürlich eine ganz tolle PR-Aktion dann geplant. Statt der Drip and Chicken Premiere gibt es dann die Preisverleihung Rocky Beach ganz vorn. Und die ersten Preisträger sind halt Justus, Jonas, Peter Scho und Bob Endos. Dieser Preis wurde übrigens nur einmal vergeben. Daumen die wieder auf. Eigentlich schade, fände ich eigentlich mal geil. Da könnt ihr auch mit Fall draus spinnen, ne? Dass dann dieser Preis vergeben wird, dann passiert ja irgendwas. Wobei Rocky Beach ganz vorne als Name auch ein bisschen komisch ist. Aber gut, so typisch 90er auch irgendwo, weiß ich nicht. America First oder so hieß das doch, ne? Ja. Germany's Next Topmodel der Detektive, weiß ich ja. Nein, aber da siehst du halt auch wieder, halt Barney halt einfach genialer PR-Mann ist und eben halt sein, 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 sein Unternehmen einfach liebt und lebt. Aber das sagt er ja auch am Ende, ne? Der sagt ja auch, von dieser Werbung werde ich übrigens noch monatelang zehren, ne? toll. Für ihn ist das, also es kommt so rüber, so nach dem Motto, ach ja, Drippend Chicken sind jetzt, sind jetzt nicht mehr so. Mein, mein langjähriger Geschäfts- oder mein langjähriger Partner oder Mitarbeiter hat mich hier hintergangen. Aber, ach, kein Thema, ich erfinde einfach einen Preis, wenn man von der Werbung zehre ich jetzt noch ein paar Monate. Ja, aber auch, wie er sich da präsentiert, ne? Dass er sagt, er sagt ja dann auch, von wegen, sie kommen, ja, hallo Presse, sie denken immer, wenn ich sie einlade, geht es immer nur um mich und wie toll ich bin und um meine Hähnchen. Aber diesmal habe ich was hier, eine Preisverleihung für, für andere. Und mit dem Hintergedanken, PR, Werbung. Geil. Ne, du wirst was sagen. Ja, mir ist das gerade einfach so in den Sinn gekommen, ich weiß nicht, kennt ihr die Serie Gravity Falls? Sagt euch das was? Nein, mir nicht. Ja, okay, dann bringt es nichts. Doch, trotzdem, vielleicht die Hörer. Ja, es gibt da diesen einen Charakter, der im Endeffekt einen Laden betreibt, der sich Mystery Shack nennt und der da ganz verschiedene Kuriositäten ausstellt, die er teilweise selber zusammengebastelt hat und die er den Touristen halt auch immer extremst verkauft und die lassen das Geld natürlich da und so und an den hat er mich gerade so ein bisschen erinnert. Ja, einfach ein Werbegenie im Endeffekt, ne? Ist da nun mal so. Geil, finde ich gut. Ja, dann kommen wir schon zum heimlichen Schnappschuss und ich muss sagen, da habe ich gerade echt Probleme, ich habe keine Gedanken vorher darüber gemacht, ich dachte mir, das kommt mir eh spontan, aber, muss ich gerade sagen, so ein bisschen, man könnte ja, nee, nein, das ist doof. Jonas, du hast du gepasst und mich am Zucken. Boah, ich habe auch viele Szenen im Kopf, die ich richtig gut finde, ähm, also, eine Szene, die, die ich ganz witzig finde, ist halt die Dripp'n Chicken Szene, wenn, äh, Justus sich die in die Tasche steckt und, äh, quasi ihm das dann so runterläuft, so an der Seite. Eine andere Szene ist quasi die Endszene, ähm, wenn, äh, Don de la Sandro Justus ein Bonbon gibt, also ich habe mir dann so im Kopf, Peter und Bob stehen so im Hintergrund so voll aufgerissen, so mein Gott, das kannst du nicht machen und Justus hat dieses Bonbon und Don de la Sandro steht ihm so gegenüber mit der Waffe und so, guckt so erwartungsvoll, also es gibt's, ich weiß nicht, irgendwie habe ich gerade in dieser Folge so viele Szenen im Kopf, die so witzig sind, die da passen würden, also, nö? Ja, also, äh, ich habe mir zwei Szenen sogar aufgeschrieben, ich habe mal etwas gemacht, was ihr beide nicht gemacht habt. Premiere, Premiere, Premiere. Ja, genau, genau, apropos Premiere, die, eine Szene ist nämlich tatsächlich die mit dem Chicken Chicken und die andere ist die mit der Preisverleihung im Endeffekt, das kann ich mir auch richtig schön vorstellen. Ja, ich glaube, die, die, die Chicken Chicken Premiere, man könnte ja auch an den Chicken Chicken und ansonsten auch die, die, äh, Eiles-Formel von Barney und Justus und Peter wäre natürlich auch eine Variante. Ja, aber die Lüben-Chicken, ich glaube, die können wir wahrscheinlich nehmen, ich glaube, ich bin echt mit dabei, auch meine Lieblingsszene im Endeffekt und, äh, die ist halt so beispielhaft eigentlich, ne, zumal da auch Justus dann richtig schön wahrscheinlich dann, äh, gucken wird, wie eben die Soße dabei runterläuft, wie er schon sagt, in dem Dings und, äh, sie haben ja auch hinterher auch die Lüben-Chicken entsorgt, wo Bob dann sagt, hätte es halt mal sein lassen, der nächste Fehler von Justus, wo er sagt, das klebrige Bein hat ihn am Denken behindert. Ne, aber lass uns doch die Szene nehmen. Ja, wie gesagt, die Frage, ob die Folge heute funktioniert, haben wir ja schon zu Genüge besprochen, denke ich mal. Dann kommen wir zu Justus, Peter und Bob. Das ist, glaube ich, ein ganz interessantes Thema in dieser Folge. Bob ist eigentlich gar nicht vorhanden, deswegen nur die zwei Fragezeichen. Ab und zu mal kommt Bob vorbei und sagt dann, jo, ich habe gerade mal eine halbe Stunde Zeit, gucke mal eben rum, was diese Sache ist. Entweder ist er mit irgendwelchen Mädels am Arme baggern oder eben halt bei Sexhändler. Deshalb, was häufig kritisiert worden ist, dass eben halt Bob in den Crimebuster-Zeiten wohl anscheinend nie Zeit hat für die Fragezeichen. Man fragt sich, warum macht ihr überhaupt noch mit? Was ich gerade als Bob-Fan mega bescheiden finde, muss ich sagen. Das hat mich echt richtig gestört, auch diese ganzen Weiber-Geschichten, wo ich sage, wir haben es verstanden, irgendwann ist man, wir machen ja auch öfter mal Witze hier über Bob und seine Weiber. Wir hatten aber Meister des Todes hier die ganze Geschichte ja auch. Da war es aber eher amüsant, aber hier ist er einfach nur nervig. Es ist einfach nur ein Thema, um Bob quasi aus der Geschichte rauszuhalten. Also Bob spielt quasi überhaupt keine Rolle. Den kannst du im ganzen Fall, kannst du den komplett rauslassen. Auf den Mond schießen. Ja, ins All als Satelliten abschießen. Katastrophal, weil wir hier mit Bob umgegangen worden sind, muss ich ganz ehrlich sagen. Justus ist auch nicht der typische Justus, muss ich sagen. Der ist echt irgendwie so ein bisschen, ja, irgendwo vom Kopf her ein bisschen Peter-mäßig unterwegs, abgesehen von der Outfit am Ende, aber halt die Drip-and-Chicken-Szene, wo er halt so sabbernd vor den Hähnchenteilen steht oder, weiß ich nicht, ich finde ihn so ein bisschen nicht ganz so clever wie später. Ja, okay, dazu muss man aber auch sagen, finde ich, dass er hier in dieser Folge auch mit Sachen konfrontiert wird, die er in den normalen Folgen jetzt nicht unbedingt hat, also mit vor allen Dingen den Schwachpunkten Mädchen jetzt am Anfang zwar nur kurz, aber trotzdem da und ansonsten halb essen, wenn er eigentlich seine Melonendiät quasi da veranstaltet. Ja, weil auch schlimm ist im Buch, dass die ganze Melonengeschichte auch so überstrapaziert ist, dass er da mit dem T-Shirt durch die Gegend rennt von mir, ich glaube, Fastenfrust oder irgendwie sowas in die Richtung, meine ich, war es gewesen. Das ist so, wo ich mir denke, boah, ne, Justus, das ist so gar nicht so deins, ne, also, und er wird halt auch von seiner Nachbarin bezüglich Diäten beraten, ne, also, ist auch so, wo ich mir denke, nein, also, muss nicht sein. Wäre es Eudora Kretschmann gewesen, hättest du es doch vielleicht toll gefunden, Nein, ja, dann würde es aber Justus die nicht ernst nehmen. Wenn Eudora Kretschmann zu ihm sagen würde, pass mal auf, mach mal eine Wasserwellen-Diät, mein Dicker, dann würde er sagen, Alte, ne, also. Ja, aber ist er, am Anfang ist er ja noch, da hat er noch so ein bisschen so diese Standhaftigkeit, ne, er kriegt ja die Gutscheine von Barney Crown und zerreißt die ja sofort und sagt, ja, das spricht nicht meiner Diät und, ähm, es ist natürlich sicherlich was anderes, wenn man, wenn man, ähm, dann direkt mit dem Essen konfrontiert wird, ne, also, wenn man die Drippen schicken, dann hat er direkt so, äh, geil, Essen, ähm, aber, ähm, ja, das ist so ein bisschen so, die Rationalität des Justus ist da so ein bisschen in diesem Zwischending, so am Anfang ist sie da, zum Ende ist sie da und im Zwischending ist sie dann halt so ein bisschen, äh, finde ich, geht sie eben sehr stark verloren. ja, ist da so. Nell, kommen wir zu Peter. Möchtest du über Peter was erzählen? Wie toll er ist? Ne, ne, ich, ich, ich tue das ja normalerweise immer, deswegen macht ihr das doch mal, höre ich doch mal von euch, wie toll mein Peter ist. Also Peter ist halt, Jonas, nein, ähm, man muss ja sagen, dass Peter ja wirklich dann hier den, den einfach diesen, äh, er ist in der Tiefpunkt irgendwo übernimmt. Ne, er hat halt die Verfolgungsjagd mit Mr. Sweetness, was ja relativ normal ist, genau wie er die, den Jagdtasche aus dem Auto holt, aber er hat auch immer so ein paar lichte Momente, wo dann eben halt, ähm, Justus auch sagt, hattest du heute Morgen irgendwie Gehirnnahrung zum Frühstück oder sowas in die Richtung, wo er dann, wo er dann sagt, ne, die Jagdtasche müssen im Auto sein, meine ich. Und, ja, auch am Ende, ne, bist du wahnsinnig, das könnte vergiftet sein, dieses, dieses, äh, normale Denken und Justus greift halt einfach zu, geil Bonbons, weil Pralinen, Bonbons, wie auch immer, äh, ziehe ich mir rein und Peter ist halt so mehr so dieser Normaldenkende in dem Fall, muss ich sagen. Reicht dir das? Ja, ist passabel für dich. Aber muss man so sagen, der hat die ganze Zeit gegrinst, als sie erzählt hat, ob er von da, Ich grinse noch immer. Komm, Jonas. Ja, ich finde, er hat ja schon, Thomas hat da hingegen schon, schon alles gesagt, also, ich, ähm, würde jetzt vielleicht sogar direkt, äh, bevor ich das alles noch mal wiederhole, äh, oder, ich werde es ein kleines bisschen wiederholen oder dann direkt auch übergehen zum nächsten Punkt, zum Fragezeichen der Folge, also, für mich ist es einfach, muss ich mal wirklich sagen, ist es Peter, weil er viele Aktionen hat, ne, natürlich neben seinen Standardsachen, Verfolgungsjagden und etc., aber er ist halt derjenige, der mal rational denkt, jetzt in, in manchen Punkten, ne, wie mit den Rippen-Schicken, der sagt immer, das Gift könnte da drin sein und am Ende mit den Bonbons, ähm, es ist eine sehr, äh, untypische Justus-Jonas-Folge in gewissen Punkten und Peter, ja, wie, wie, äh, Thomas schon sagte, ne, Peter übernimmt da den, äh, den Part so ein bisschen vom, vom ersten Detektiv, also. Ist auch für mich, deswegen ist für mich Peter das Fragezeichen der Folge. Ihr könnt es gerade nicht sehen, aber, äh, Nell, äh, ich hoffe, der explodiert gleich von Lachen, also, wenn er keinen Knall gibt. Ihr musst mir gerade den Lauf von Lachträner wegquischen, warte mal kurz. So. Nell, dein Fragezeichen der Folge ist wahrscheinlich nicht Justus. Da muss ich dich leider schockieren, aber doch tatsächlich, äh, habe ich Justus gesagt. Deswegen wollte ich das gerade so schön auskosten, dass ihr mal meinen Peter irgendwie hoch in den Himmel lobt. nein, habt ihr natürlich nicht, aber trotzdem, deswegen, äh, mein Fragezeichen der Folge ist Justus einfach, weil, ja, Peter ist rational, Peter ist im Endeffekt so, wie ich ihn eigentlich immer gerne habe und ihn auch mag, aber Justus finde ich einfach in dieser Folge so verdammt witzig. Deswegen, ähm, ja, Justus. Ich bin ein bisschen, ich bin ein bisschen passungslos. Bei jeder Scheiß-Folge kommst du an, für mich ist es immer wieder Peter. Und jetzt, wo wir Peter sagen, oh, ich bin Justus ganz gut in der Folge, ich denke immer, okay, will die uns jetzt trollen oder was ist hier los? Ja, vielleicht das auch. Mein Fragezeichen der Folge ist übrigens Bob, nein, mein Fragezeichen der Folge ist natürlich auch Peter, ähm, aus den genannten Gründen. Ja, dann kommen wir doch zum, nächsten Punkt, die Nebenfigur der Folge, eigentlich haben wir nur zwei zu Hause, wir haben Bane über dem Donner der Sandro. Jetzt die Frage, who is it? Also da muss ich ganz ehrlich sagen, für mich ist es weder der eine noch der andere, für mich ist es Mr. Sweetness, auch wenn er nie eine Sprechszene hat, aber er ist einfach, wie du schon gesagt hast, du sagst, er ist die stumme oder die stille Gefahr, er ist einfach der Bösewicht, der, der, dieses, die Action-Szenen mit reinbringt und er ist einfach diese unsichtbare Gefahr, der unsichtbare Gegner um mal einen Titel, schau mal, ich kenne mehr als nur vier Folgen. Moment, du kennst nur den Titel, du kennst nicht die Folgen, du kennst nur den Titel. Da bist du differenziert. Aber er ist quasi, er ist, er ist derjenige, der, auch wenn er keine einzige Sprechszene hat, aber der so ein bisschen auch so diese, die Action, die man erwartet, wenn man den Klappentext liest, dann schlägt der, der Gegner zu oder so, irgendwie, ich weiß, kriege ich den Satz jetzt nicht mehr genau hin, aber für mich ist es Mr. Sweetness, ist für mich die Nebenfigur der Folge. Der Katalysator der Folge, meinst du? Quasi der niedrige Benzinpreis. Der Antrieb. Deswegen, deswegen die zapfen ja auch vorher in den Autos den Benzin leer auf dem Schraubplatz, weil die Preise so hoch sind. Nell. Ne, also ich gebe Jonas wirklich zu 100% recht, aber ich will jetzt nicht auch Mr. Sweetness sagen, deswegen sage ich Kelly, weil mit ihr beginnt der ganze Fall und sie spielt den Drei-Frage-Zeichen ja auch schon noch wichtige Informationen teilweise zu, deswegen Kelly. Eigentlich ist Kelly in der Folge mehr Fragezeichen als Bob, ne? Ja, ne? Ja. Also Katastrophal. Definitiv, ja. Boah. Alter Schwede, ey. Ich brech ins Essen. Ja, für mich ist die Figur der Folge, boah, jetzt muss ich mich zwischen Don und Barney entscheiden. Ich sag, kommen wir zum nächsten Punkt. Wie fandest du die Folge? Es gab übrigens keinen Schnitt, ich kann mich einfach nicht entscheiden zwischen, geht einfach nicht. Ihr nehmt keinen von beiden und sagt Kommissar Reynolds. Nein. Das mach ich erst, wenn du Peter wieder so abfeierst. Um da einfach ein Gegenpart zu bringen. Ich kann das jetzt auch gerne nochmal machen, wenn du willst. Nee, die Chance ist so fatal, meine Liebe. Du hast Justus genannt, du bist raus. Dann kommen wir mal, wie fandest du die Folge und wo deine Erwartungen erfüllt? Mal ein kurzer, eine kurze Zwischenanmerkung. Der Christian Friedrich, der ja auch der Autor von Deinen Fall Höllenzug ist, hat uns geschrieben, hat gesagt, er findet ihn gut, aber sehr kurios. Ich glaube, er fasst es einfach mega gut zusammen, weil genau so geht es mir auch. Die Folge finde ich richtig gut, obwohl sie halt hier und da so ein paar Ecken und Kanten hat. Ein bisschen kurios ist, gerade mit Donte Alessandro. Trifft es für mich eigentlich auf den Punkt, muss ich sagen. Nee, nix. Jonas macht gar nichts. Ja, nee, also die Folge, die Folge ist, die ist auch gut und ja. und kurios in manchen Punkten. Ich weiß gar nicht, was soll ich dazu noch sagen? Also, die ist gut und Erwartungen erfüllt, ja, weil es hat, der Klappentext hat für mich persönlich Spannung versprochen und die hat die Folge auch erfüllt, also in ihrer Form. Also, ja. Also dazu muss ich ganz ehrlich sagen, von wegen hier, Thomas meinte ja gerade eben so von wegen, ja, ich hatte keine Erwartungen. Das stimmt, wenn man keine Erwartungen hat, kann man auch nicht enttäuscht werden. Deswegen, ich wurde nicht enttäuscht, weil ich keine Erwartungen hatte. Aber das war doch gut, oder? Sie war... Boah. Kommen wir zur Übernotung, ne? Komm, dann hau die Note weg raus. Hol die Punkte raus. Ja, aber sie war, sie war, sie, sie, sie war adäquat und sie hatte einen gewissen Unterhaltungswert. und meine Note ist... Seine Punkte? Sechs Punkte. Boah. Okay, Jonas? Ich schwanke so ein bisschen. Ich gebe... Acht Punkte. Ich bin mir wieder überrascht, wie nah wie doch am Ende bei der Bepunktung immer beieinander liegen. Ich gebe auch acht Punkte. Die Hörer geben übrigens acht Komma zwei fünf Punkte und damit landet die Folge auf Platz sechs und zwar knapp hinter dem magischen Kreis und knapp vor Horst des Schreckens. Krass. Also... Oha. Eine Hausnummer. Das ist schon krass, ey. Das müsste dich doch eigentlich freuen, Thomas, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich denke mal, das sieht auch einfach nicht nur an dem Fall, sondern auch an der Sprecherleiste, muss ich sagen, weil halt die Sprecher, die bleiben halt einfach, ich sage jetzt immer wieder, die bleiben einfach im Ohr. Ich mag die Stimmen allesamt. Da ist keine Stimme bei mir, wo ich sage, die nervt mich. Da ist keine... Du hast aber eigentlich gar nicht so viele Charaktere. Du hast Kelly, du hast Julia, du hast Donny de la Sandro, du hast Big Barney, Pandore Mischken, Justus Peter. Und dann nach einer halben Stunde kommt ab und zu mal Bob vorbei und sagt Guten Tag. Das war es auch gewesen. Und Raynaud ist auch noch dabei, genau. Aber kein Tante Mathilde, kein Onkel Titus. Tö-tö. Nein, aber wie gesagt, ich mag die Folge mega gerne. Ja, dann sind wir durch mit der Folge. Ich muss sagen, hat mir richtig Spaß gemacht heute. Also, hat richtig Laune gemacht. Ich fand, passt zum Wetter, richtig schön sonnig. Sonnige Folge, lustige Folge. der guckt so komisch. Ich fühle mal, ich fühle mal, ich fühle mal, wenn der ein bisschen komisch guckt. Aber was heißt hier, ich gucke komisch, Thomas, ich gucke normal. Nein, du guckst immer so, ich habe bei dir, da kommt irgendwas, da kommt irgendwas, um hier irgendwie, ne, also so toll war die Folge, gar nicht, Folge war die Folge, naja, war adäquat. Und ich denke mir, Alter, die Folge war gut. Oha. Nein, alles gut. Ist doch schön, wenn man mit verschiedener Meinung ist und darüber diskutieren kann. Auch wieder wahr. Tja, das waren die zwei Fragezeichen. Und da wir dann, äh, diesmal sehr wenig Bob hatten, haben wir in der nächsten Folge dann ein bisschen mehr Bob. Sprich, wir haben zwei Bobs und, äh, hören uns dann zu den falschen Detektiven wieder. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss, Kopska. Also, Freunde, bis dann. Herzlich willkommen zur sechsten... Lebst fertig? Ja. Ich habe das gehört. Ich habe das gehört. Herzlich willkommen zur sechstundzwanzigsten Folge unseres Podcasts. Mein Name ist Thomas. Ich bin Charlotte. Nein, bist du nicht. Ich habe jetzt gedacht, ich habe jetzt irgendwas verpasst. Ihr habt ein anderes Skript oder so. Ja. Herzlich willkommen bei 3 Fanatiker, Jonas. Ich habe jetzt noch ein paar Mal verpasst. Ich habe jetzt noch ein paar Mal verpasst. Ich habe jetzt noch ein paar Mal verpasst. Aber wir haben 92 Abonnenten bei YouTube aktuell. Oha. Dafür, dass wir dann nur zwei Videos hochgeladen haben oder so. Hm? Oder drei? Alle Folgen habe ich hochgeladen. Ach so. Die gehen mittlerweile zeitgleich hoch mit der Release bei Spotify und Co. Oha. Ja, cool. Machst dann auch so coole Bilder? Je nachdem, was wir besprechen, ändert sich so das Bild und so. Ich tanze dabei im Hintergrund. Ah, stark, ja. Tut mir leid, ich kann diesen Podcast jetzt nicht mehr weiterführen. Ich muss jetzt erst mal unsere YouTube-Videos gucken. Ich möchte gerne Thomas tanzen sehen. Ja, in einem Behrung-Kostüm. Nee, in einem Hähnchen-Kostüm heute. Ha, 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 ha.